So, die Mikrofons sind an. Herr Fahlemann, hört man mich, denke ich. Antworten aus dem Off ist schwierig. Ich gehe mal davon aus, dass das funktioniert. So, zwölf Zuschauer. Das ist ja toll. Sie müssen ja gerade eben erst den neuen Link bekommen haben und trotzdem sind die schon direkt online. Wir haben ja ein bisschen technische Probleme. Der Link ist zweimal abgestürzt. Deshalb brauchten wir zwei neue Links. Die haben wir dann nach und nach versendet. Den Schweiß von der Stirn von Herrn Fahlemann haben wir schon abgetupft durch unsere Massenbünder. Schön wär's, oder? Steht der Schweiß noch hoch auf der Stirn. So, also erstmal herzlich willkommen. Wir haben ja noch genau zwei Minuten, bevor es losgeht. Zum Testen ist es jetzt natürlich ein bisschen schwierig. Also, ich wiederhole nochmal für alle. Bitte in den Chat schreiben. Ach, das ist toll. Hier, guck mal. Ria Gundlach, guten Morgen. So, nun geht es. Herr Steinert, einen schönen guten Morgen in die Runde. Der Ton ist bei beiden Speichern. Klar, das freut uns sehr, denn wir haben ja auch extra einen Techniker heute hier mit dabei, weil das mit dem Streaming heute das erste Mal ist. Vorher hatten wir immer GoToMeeting. Jetzt haben wir hier mal den YouTube-Kanal genutzt und auch mit richtig hochwertigen Kameras versucht, so ein bisschen Tagesschau-Feeling reinzubringen. Hier der Green Screen hinter Fahlemann mit den vorbeiführenden Zügen. Ich finde, das sieht richtig real aus. Kann auch daran liegen, dass es real ist, ne? Wahnsinn. Ja, super. Irgendwann müsste auch mal der Kollege Krämer das Haus des Grauens hier betreten, wo die Technik ständig abgestürzt ist. Dürfte ich mal Frau Becker bitten, die sitzt hier nämlich auch im Raum, den Herrn Krämer langsam aus dem Schlaf zu klingeln, dass er hier dieser Veranstaltung beiwohnt. So, worum geht es heute, Herr Fahlemann? Heute geht es um Arbeitsvertrag und Klauseln. Und was ist so Ihr Part dabei? Mein Part wird sich um Einstellungsfragen, Vorstellungsgespräche und dergleichen handeln. Okay. Bei Einstellungsgesprächen stelle ich mir gar nicht so schwierig vor. Da kommt jemand rein, eine Frau, schlank, 25 Jahre alt. Da frage ich immer als Erster, sind Sie verheiratet und sind Sie schwanger? Ist das auch Thema nachher? Das wird Thema sein, auf jeden Fall. Okay. Vielleicht ist die Frage nicht ganz so zulässig. Das werden wir da aber noch sehen. Ich weiß nicht, Kamera zwei ist jetzt gerade. Aber zu diesen Punkten kommt er auf jeden Fall. Ja, es gibt ja spannende Einstellungsfragen mittlerweile, auch die Frage, die immer wieder kommt, wie sieht es denn aus? Sind Sie schwerbehindert? Sind Sie krank? Können Sie die Arbeit tatsächlich auch schaffen? Es sind Paletten zu heben, die 20 Kilo schwer sind. Schaffen Sie das? Sind das alles versteckte Fragen? Muss man da wahrheitsgemäß antworten oder nicht? Das sind natürlich Themen, die wir nachher besprechen wollen. Es stellt sich ja schon die Frage, ob nicht der Bewerber von sich aus das schon einrollen müsste, wenn er vielleicht gar nicht geeignet ist für diese Tätigkeit? Ah, ich suche einen Gabelstaplerfahrer mit Lagertätigkeit und der kann aber, sagen wir mal, nicht mehr selber tragen als fünf Kilo, dann müsste der vielleicht von sich aus offenbaren, ey, ich würde gerne bei euch im Lager arbeiten, aber mehr als ein Kugelschreiber kann ich nicht tragen. So könnte es sein, ja. Okay, gut. Also das wird auf alle Fälle spannend. Was die Einstellungsfragen angeht, dann haben wir auch Herrn Krämers Part. Genau, da würde es um Arbeitsvertragsklauseln gehen, da geht es ja um Kurzarbeit, um Homeoffice, auch sonstige grundlegende Arbeitsvertragsklauseln werden da besprochen werden. Sehr spannend, sehr wichtig, auch in Corona-Zeiten. Fragen hinsichtlich Versetzungsklauseln oder ob das überhaupt Sinn macht, Leute einzustellen und im Arbeitsvertrag reinzuschreiben, ey, wir stellen dich zwar in Bremen ein, aber du bist auch verpflichtet, in Hamburg, Hannover, München für uns zu arbeiten. Das kann Vorteile bringen, kann auch Nachteile bringen. Ich denke, das war das, was er auch heute vortragen wollte, auch inwieweit es sinnvoll ist, in Verträgen schon reinzuschreiben, was die Tätigkeit überhaupt ist, welche Tätigkeit überhaupt ausgeübt werden soll. Ich war vorher eben oben bei ihm und dann hat er gesagt, ja, das wird mit Sicherheit auch ein Schwerpunkt sein. Vielleicht noch zu den Folien. Ja, es sind 102 Folien, ich denke nicht, dass wir die einzeln besprechen werden, dafür ist der Rahmen hier zu gering oder zu klein. Also es wäre auch schön, mir fehlt diese Kommunikation direkt mit den Arbeitgebern, ich hätte es gern. Ich bin auch Arbeitgeber, Sie können mit mir quatschen. Das stimmt. Wir können beginnen. Wir können beginnen. So, ich versuche, hier Sparringspartner zu sein, ein bisschen dazwischen zu klappern. Mich hat bis jetzt noch keiner gesehen, aber ich habe auch nicht so einen schönen Anzug an. Ich kann ja einmal kurz mich vorstellen. So, welche Kamera ist an? Das ist ja schrecklich hier. Wie halten Sie das aus? Haben Sie denn auch was zum Abtupfen so für zwischendrin? Das ist ja nicht schlecht. Man sieht aus, wie wenn man erschossen wird mit den Kameras. Also wir müssen nachher ein Foto machen und das auch mal live streamen, damit man sieht, wie man sich hier vorne fühlt. Das ist nicht ganz einfach. Also ich wünsche Ihnen viel Spaß. Toll, toll, toll. Und da würde ich sagen, schießen Sie los. Und wenn ich Fragen habe für Arbeitgeber stellvertretend, dann stelle ich die einfach. Alles klar. Gut, welche Kamera haben wir immer noch wieder? Immer noch die zwei. Genau. Von mir auch nochmal herzlich willkommen zu unserem Arbeitgebertreffen, Arbeitsvertrag und Klauseln. Mein Name ist Tim Fahlemann. Ich bin Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht hier am Standort Bremen. Und ja, heute sind Sie bundesweit zugeschaltet von unseren anderen Standorten sozusagen. Üblicherweise halten wir das Arbeitgebertreffen ja an den einzelnen Kanzleistandorten ab. Dann mit wenigen Arbeitgebern im Gespräch. Wir haben es ja eben schon erörtert. Ja, probieren wir es mal, wie es so ist. Zunächst einmal zur Gliederung. Ich mache den ersten Part, Fragerechte des Arbeitgebers anlässlich der Einstellung. Und da fällt mir eben halt schon gleich was zu an. Nämlich, was ist eigentlich mit Schwerbehindertenbewerbern? Was ist bei denen zu beachten? Muss man dort eben halt auf besonderen Dinge achten? Das eine ist, dass man grundsätzlich als Arbeitgeber verpflichtet ist, bei jeder Einstelle, die man ausschreibt, anzufragen, ob ein Schwerbehindertenbewerber geeignet ist. Beachten Sie das bitte. Ich kriege hier gerade die Info. Herr Fahlemann ist sehr leise. Mikro vom Referenten ist nicht an. Ich soll allerdings mein Mikro ausmachen, wenn ich nicht der Aktive bin. Okay, dann fange ich gerne nochmal wieder an. Nochmal herzlich willkommen. Ich habe selbst vor einiger Zeit mal den Fall gehabt, da habe ich ein Unternehmen vertreten, hier aus der Nähe von Bremen. Die hatten die Bewerbung eines schwerbehinderten Menschen. Die Bewerbung war total schlampig. Es war kein gerader Satz drin. Es stand aber fett 50 GdB, also 50 Grad der Behinderung. Viele sagen auch 50 Prozent. Ab 50 GdB ist man schwerbehindert. Das heißt, da müssen die Alarmglocken bei jedem Arbeitgeber angehen. Er hatte noch ein Foto beigefügt von sich, so ein Urlaubsschnappschuss mit Lampions im Hintergrund. Und diese Bewerbung wurde gleich auch sortiert. Es war von vornherein klar, das ist keine ernst gemeinte Bewerbung. Aber es wurde halt überhaupt nicht darauf geachtet, dass er eben halt Fett, wirklich in Fettdruck 50 GdB reingeschrieben hatte. Und nun fragte er dann irgendwann an, was ist eigentlich mit meiner Bewerbung per E-Mail. Es kam keine Antwort. Und irgendwann kam dann das Anwalt schreiben, dass er jetzt Schadensersatz geltend macht und zwar drei Monatsgehälter. Das ist nach dem AGG, nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz geregelt, dass wenn ein Schwerbehinderter oder ein sonstiger Mensch diskriminiert wird aufgrund seiner Rasse oder eben halt seiner Schwerbehinderung oder ähnlichem, dass er dann Schadensersatz verlangen kann. Und genau das tat der Bewerber auch hier. Und hier wurde zum großen Problem, dass nicht die, ja dass die Bewerbung als solche schon erst einmal nicht den Eindruck erweckte, dass sie ernsthaft gemeint war. Aber das Gericht hat sehr darauf abgestellt, ob der Arbeitgeber vorher sich bei der Arbeitsagentur gemeldet hatte. Nämlich, dass er für die offene Stelle auch einen Schwerbehindertenbewerber sucht. Man ist nämlich, und das hatte ich vorhin schon gesagt, als mein Mikrofon wahrscheinlich noch aus war, verpflichtet, bei der Arbeitsagentur nachzufragen für jede offene Stelle, ob nicht ein geeigneter, schwerbehinderte Bewerber vorhanden ist. Das sollte man tunlichst tun. So, jetzt schaltet sich ja wirklich noch dazu. Nö, ja, nee, ich wollte nur nachfragen, weil für mich ist es tatsächlich neu. Also wenn ich eine Stelle ausschreibe, muss ich parallel mit der Ausschreibung bei der Agentur für Arbeit dort anrufen und fragen, ob die nicht einen geeigneten, schwerbehinderten Bewerber haben. So sieht das aus, ja. Weiß man auch was über die Rechtsfolgen? Die Rechtsfolge ist tatsächlich dann, wenn man einen Schwerbehinderten diskriminiert und das kann allein schon dadurch sein, dass man diese Meldung oder diese Nachfolger bei der Agentur für Arbeit unterlassen hat, dass man dann eben halt, ja, schlechte Karten hat. Es entsteht eine Beweislastumkehr vom Arbeitsgericht dadurch. Okay, also wenn ich so eine Bewerbung nicht berücksichtige, wie Sie es eben geschildert haben, die ja von vornherein für jeden Arbeitgeber Schwachsinn ist, dann kann ich mich sozusagen entschuldigen und kann sagen, nee, ich suche ja doch einen Schwerbehinderten, weil ich habe ja bei der Agentur für Arbeit sogar extra danach gefragt. So ist es. Okay, gut. Es dient der Exkulpation. Und deswegen sollte man es eben halt tatsächlich bei jeder offenen Stelle, die man ausschreibt, machen. Wenn man ohnehin jeden Schwerbehinderten einlädt, wird es nicht zu Problemen. Wenn man ihn dann allerdings ablehnt, kann man es schon wieder dazu führen, dass eben eine Diskriminierung stattfindet und eben halt mit entsprechenden Schadensersatz folgen. Hier in diesem Fall, den ich hatte, waren es halt, wie gesagt, drei gute Monatsgehälter, die eingeklagt wurden. Wir haben uns letztendlich auf die Hälfte geeinigt, aber der hätte gut verdient. Das waren 5.000 Euro im Monat, also waren es 7.500 Euro Schadensersatz, die geleistet werden mussten, nur aufgrund eben halt dieser Problematik mit der fehlenden Nachfrage bei der Bundesagentur für Arbeit. Aber hat der Mandant das nicht gesehen, dass er schwerbehindert war? Hat er das also missverstanden, diese 50% GdB, also im Bewerbungsanschreiben? War das das Problem? Oder wie kam der auf die Idee, dass er das nicht berücksichtigen muss, diese Bewerbung? Er kam auf die Idee, weil die Bewerbung total schlampig war. Also er hatte da schon gesehen, dass er schwerbehindert war. Das war ja auch so fett draufgedruckt, das konnte man gar nicht übersehen. Aber die Bewerbung als solche war eben halt total schlampig. Und dieses Foto, dieser Schnappsturz aus dem Urlaub mit den Lampen im Hintergrund, der hatte eben halt auch seinen Teil dazu beigetragen, dass diese Bewerbung nicht ernst genommen wurde. Okay, ich gucke mal hier. Patrick Jung schreibt, Nachfrage per E-Mail bei der Bundesagentur für Arbeit, ob das als Beweismittel reicht, dass man denen eine E-Mail schreibt. War das der Hinweis von Ihnen, dass ich das vorlesen soll? Ah, okay, das bringt mich ja völlig raus. Hier stehen zwei Frauen auf und wehen mit ihren Haaren und mit ihren Armen und sagen, oh, ich denke, die feuern mich hier an. Dabei wollen die mir nur sagen, dass da einer was im Chat geschrieben hat. Aber das habe ich jetzt verstanden. Vielen Dank, Frau Becker und Frau Zeglinski, für ihren Einsatz. Also das war hier nochmal eine Nachfrage. Ja, und das reicht auf jeden Fall aus. Man kann auch telefonisch nachfragen. In der Tat ist dann die Frage, wie beweist man, dass man entsprechend es unternommen hat, sich bei der Agentur für Arbeit zu erkundigen. Und ich würde zu einer E-Mail stets raten. Aber das Problem ist doch dann, wenn ich die Agentur für Arbeit frage und sage, sag mal, habt ihr nicht ein paar Schwerbehinderte, die auch auf die Stelle passen, dann schicken die mir doch gleich 20. Dann muss ich ja alle 20 dann auch irgendwie einladen. Also ich habe ja auch dann, wie geht es dann weiter, wenn sich ein Schwerbehinderte bewirkt, was muss ich mit dem machen? Sie müssen die nicht einladen, sondern die werden dann aufgefordert, sich zu bewerben durch die Agentur für Arbeit. Aber sie sind als Arbeitgeber nicht verpflichtet, den ersten Schritt zu tun und zu sagen... Nee, aber die bewerben sich dann ja und dann muss ich die aber einladen. Dann würde man sie wohl einladen müssen. Es sei denn, sie sind objektiv nicht für die Stelle geeignet. Okay, gut. Man schreibt einen Chefarzt aus und das bewirbt sich einen Bauarbeiter. Dann würde sicherlich das nicht erforderlich sein, einzuladen. Okay, gut. Hier haben wir noch eine. Warum reicht die geschaltete Stellenanzeige bei der Bundesagentur für Arbeit nicht aus? Weil wenn ich eine Stelle ausschreibe, kann ich ja einmal einen privaten Dienstleister nehmen und sagen, ich suche einen Chefarzt, einen Headhunter, dann ist es ja bei der Bundesagentur für Arbeit gar nicht ausgeschrieben. Wenn ich es aber auch bei der Bundesagentur für Arbeit ausschreibe, diese Stelle, reicht das dann nicht aus, dass dann sich auch die Schwerbehinderten bei mir bewerben können? Es reicht vor dem Hintergrund nicht aus, weil es tatsächlich im Gesetz so geregelt ist, dass man sich erkundigen muss. Es steht so im Gesetz. Ah, okay, gut. Ja, wenn es im Gesetz steht, Leute, dann kann man da meistens nur noch wenig wegdiskutieren. Auch als Anwalt vor allen Dingen, wenn das Gesetz auch noch verständlich formuliert ist. Aber Sie sehen, also auch selbst ich als Beanwalt für Arbeitsrecht, ich habe relativ wenig mit Einstellungsproblematiken zu tun, sondern eben meistens mit Ausstellungsproblematiken. Deshalb ist es doch ganz spannend, auch mal hier zu hören. Okay, gut, dann will ich mich weiter unterbrechen. War ja gut, alles gut. Ja. Es tut mir leid. Schon wieder eine kleine Nachfrage nochmal zu dem vorherigen Thema. Ja. Reicht Hinweis in der Anzeige aus, dass Schwerbehinderte willkommen sind als Bewerbungen von Bewerbern mit Schwerbehinderung? Also wenn ich jetzt meine Anzeige so aufbaue, der sagt Mensch, ich suche hier irgendwie einen Chefarzt, haben Sie vorher gesagt, aber vielleicht irgendwie ein Bauarbeiter oder keinen Schweißer. Ja, und schreibt dann hin, besonders willkommen sind Bewerbungen von Schwerbehinderten. Ich weiß nicht, ob das jetzt ausreicht, denn wenn im Gesetz steht, Sie müssen bei der Agentur für Arbeit nachfragen, wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann müssen Sie bei der Agentur für Arbeit nachfragen. Und alles andere ist halt nur Wischiwaschi, hilft vielleicht von der Argumentation her, aber mehr auch nicht. Das Problem ist, wenn Sie vergessen haben, diesen Nachfrage zu machen, dann kehrt sich die Beweislast vor Gericht um. Dann müssen Sie beweisen, dass Sie nicht diskriminiert haben durch Ihre Anzeige selbst, wenn dann drin steht. Also es kann Ihnen natürlich helfen, auch den Beweis zu führen. Sie können sich ja exkupieren, nennt sich das. Sie können eben halt sich entschuldigen dadurch, dass Sie letztendlich Beweise dafür bringen, dass Sie niemanden diskriminiert haben. Und umso mehr Sie Ihre Anzeige behindertenfreundlicher gestalten und vielleicht auch selbst bei der Agentur für Arbeit ausgeschrieben haben, desto höher wird auch die Wahrscheinlichkeit, dass Sie tatsächlich den Prozess am Ende gewinnen. Nur diese grundsätzliche Überweisterstumkehr, die ist halt höchst problematisch. Und deswegen würde ich immer dazu raten, erst einmal sich bei der Bundesagentur für Arbeit zu erkundigen, ob eben halt als schwerbehindeter geeigneter Bewerber für die Stelle vorhanden ist, wenn Sie eine Stelle neu aussprachen. Okay, gut. Ich denke, das soll es jetzt aber auch gewesen sein. Ich denke auch, genau. Jetzt kommen wir weiter. Also dann, wenn es dann letztendlich zur Vorstellung kommt, dann ist die Frage, ob ein Ersatzanspruch des Arbeitnehmers besteht, beziehungsweise des Bewerbers, für die Aufwendung, die er hatte, um zu ihm zu kommen. Ja, Sie können es der Folie schon entnehmen, wenn Sie sie lesen können. Ich glaube, es wird im Chat oder im Verlauf hier relativ klein angezeigt. Es ist so, dass der Arbeitnehmer grundsätzlich einen Erstattungsanspruch hat gegen Sie für Anfahrtskosten zum Beispiel. Es sei denn, Sie haben es, und das können Sie, bewusst und deutlich ausgeschlossen. Sie müssen es gegenüber dem Arbeitnehmer oder dem Bewerber sagen, okay, geladen Sie zum Vorstellungsgespräch ein. Wir zahlen aber keine Fahrtkosten oder ähnliche Aufwendungen, die Sie für die Bewerbung bei uns aufgewandt haben. Grundsätzlich besteht ein Erstattungsanspruch und zwar für, sagen wir, eine normale Position in Höhe einer Fahrbahnkarte für den Zug zweiter Klasse. Für höher gestellte Bewerber, also für Führungskräfte und ähnliches kann es auch durchaus mal die erste Klasse oder sogar ein Flug sein, der dann geschuldet wird. Und wie gesagt, Sie können es aber von vornherein, wenn Sie wollen, ausschließen, indem Sie dem Bewerber gleich mit der Einladung zum Vorstellungsgespräch sagen, wir übernehmen keine Kosten für Anreise und Ähnliches. Somit schließen Sie das aus. Müssen Sie aber nicht. Sie können selbstverständlich auch die Kosten übernehmen. Das bleibt ja Ihnen überlassen. Ja, grundsätzlich entsteht und das wissen viele nicht mit dem Vorstellungsgespräch oder der Einladung zum Vorstellungsgespräch schon ein vorvertragliches Schuldverhältnis. Also gewisse Rechte und Pflichten sind dort schon mit verbunden. Und diese Pflichten gehen insbesondere dahin, dem Arbeitnehmer gegenüber oder dem Bewerber gegenüber wahrheitsgetreue Aussagen zu machen, auch in Bezug auf die Anstellung oder eine mögliche später Anstellung. Zum Beispiel der Satz, du kannst ruhig schon kündigen bei deinem bisherigen Arbeitgeber und ihn dann später nicht einzustellen, kann dazu führen, dass Sie sich als Arbeitgeber schadensersatzpflichtig machen. Unter Umständen könnte es sogar dazu führen, dass Sie letztendlich doch verpflichtet sind, ihn einzustellen. War es schon eine Einstellungszusage, die dazu geführt hat oder die so rechtlich stark war, dass dadurch ein Arbeitsverhältnis entstanden ist, ohne dass es ein schriftlicher Arbeitsvertrag vorliegt? Das muss es auch nicht. Ein Arbeitsverhältnis kann schon dadurch entstehen, dass man sich einig ist, dass der eine sagt, du bekommst den Job und der andere sagt, ja klar, ich nehme ihn an. Dann ist ein Arbeitsverhältnis grundsätzlich oder kann ein Arbeitsverhältnis schon entstanden sein. Es bedarf nicht zwangsläufig eines schriftlichen Arbeitsvertrages. Und die Beweissituation, die wir da haben, ist natürlich schon auch krass. Der Arbeitnehmer müsste ja, weil es für ihn positiv wäre, einen Arbeitsvertrag geschlossen zu haben, nachweisen, dass der Arbeitgeber gesagt hat, hey Huber, geil, dass du dich beworben hast, ich stelle dich vom Fleck weg ein, von mir aus hast du die Zusage, wie siehst du das? Er sagt, jawohl, ich habe auch Bock, ich fange am Montag an. Alles klar, die geben sich die Hand. Der kommt am Montag und dann wird ihm vom Arbeitgeber gesagt, du nee, so war es ja nicht gemeint, wir haben noch gar keinen schriftlichen Arbeitsvertrag. Aber die volle Nachweispflicht für diesen Sachverhalt hat natürlich der Huber. Hat der Arbeitnehmer. Hat der Arbeitnehmer, weil es für ihn eben positiv wäre. Und das ist doch dann eher wahrscheinlich eher unwahrscheinlich. Genau, aber manchmal geschieht sowas ja auch schriftlich oder es reicht ja auch eine E-Mail aus. Genau, per E-Mail, da muss man eben aufpassen. Und vor allen Dingen sollte man sich auch noch fair verhalten und Leute zu sagen, hier komm, hier hast du deinen Job, kündige mal deinen, den hier kriegst du auf alle Fälle. Und wenn man deinen Job nicht gibt, das spricht sich auch rum. Ich weiß ja nicht, wie viele von Ihnen schon mal sich auf Kununu selbst gegoogelt haben. Kununu haben müsste das dann heißen. Also bei Kununu wäre eine Arbeitgeberbewertung, es gibt da andere Bewertungsstellen von Arbeitgebern. Wir haben da kürzlich eine Ein-Sterne-Bewertung bekommen, weil sie einer beschwert hat, dass wir seine Bewerbung nicht beachtet hätten. Ich habe den dann noch versucht anzuschreiben über irgendwelche Umwege, aber der hat sich nie wieder gemeldet. Also ob das überhaupt eine echte Bewertung war oder ob das nur irgendein Mitbewerber war, der nicht wollte, dass wir noch mehr Anwälte einstellen, weiß ich nicht. Aber es ist jedenfalls nicht gut und deshalb sollte man sich im Bewerbungsprozess schon darauf konzentrieren, die Leute fair und ehrlich zu behandeln. Das ist schon wichtig, ja. Ja, gegen diese Bewertung kann man natürlich wenig unternehmen. Es kann auch einfach jemand sein, der einem was Böses will, sich niemals beworben hat, vielleicht ein Konkurrent ist, der einen da schlecht bewertet. Also das ist ja nicht auszuschließen. Ja, soweit auch schon zum Bewerbungsverfahren. Erst einmal, wenn das Bewerbungsgespräch letztendlich stattfindet, stellt sich ja die Frage, hat der Bewerber Offenbarungspflichten? Wir haben es eingangs schon mal kurz angesprochen, da waren glaube ich noch nicht alle Zuschauer mit dabei. Ne, da ist immer noch dreimal abgebrochen zwischendrin. Genau. Da ist das Stream hier abgebrochen, ja genau. Also es gibt Offenbarungspflichten des Arbeitnehmers, nämlich dann, er muss, wie heißt das so, Umstände, die die Leistung unmöglich machen oder sonst für das Arbeitsfeld von ausschlaggebender Bedeutung sind. Diese muss er offenbaren. Er muss keine Umstände offenbaren, nach denen ohnehin nicht gefragt werden darf. Dazu kommen wir später, was man nicht fragen darf. Aber er muss ihm halt grundsätzlich Umstände offenbaren. Dazu gehört insbesondere seine Qualifikation. Da muss ich einschreiten. Wir haben kürzlich selber einen Anwalt eingestellt als Anwalt, der aber kein Anwalt war. Ich weiß. Das muss man sich vorstellen. So dreist muss man erstmal sein. Ein total netter Kollege, ist er auch Volljurist, hat er zwei Staatsexamen. Der hat eben am Ende seine Zulassung dann nicht bekommen wegen seinen Vermögensverhältnissen. Der hat irgendwie eine Rechnung nicht bezahlt. Und das ist für Anwälte nicht gut, wenn die ihre Rechnungen nicht bezahlen. Da verlieren nämlich ihre Zulassung. Also sie können ruhig als Unternehmer immer Geschäfte mit Anwälten machen. Bis die mal nicht bezahlen, dann ist die ganze Existenz gefährdet. Aber auch nicht aufgeklärt darüber, tatsächlich. Genau. Hätte aber passieren müssen. Die Frage ist, was entsteht denn daraus, wenn derjenige nicht aufgeklärt hat? Es kann zur Anfechtung des Arbeitsvertrages führen. Nicht zur Kündigung, was viele vielleicht denken mögen. Wobei das natürlich zum Beispiel in der Probezeit auch unproblematisch möglich ist. Aber letztendlich ist der Arbeitsvertrag unter Umständen anfechtbar. Und zwar wegen arglistiger Täuschung. Wenn Sie als Arbeitgeber davon ausgegangen sind, dass Sie den Arbeitnehmer beschäftigen können, weil er die erforderliche Qualifikation hat, wie jetzt in unserem Beispiel der Rechtsanwalt. Aber er ist gar kein Rechtsanwalt. Dann hat er Sie über diesen Umstand getäuscht. Und dann können Sie innerhalb eines Jahres ab Kenntnis, können Sie die Anfechtung des Arbeitsvertrages erklären. Okay, also das heißt also, wenn ich Kenntnis habe, er ist nicht Anwalt, habe ich dann immer noch ein Jahr Zeit, das Arbeitsverhältnis anzufechten. Genau. Okay, wenn ich keine Kenntnis habe, wie lange geht es dann maximal? Dann geht maximal eine 10-Jahresfrist. Okay. Tatsächlich 10 Jahre. Herr Krämer lacht hier. Ist Herr Krämer denn schon im Ton on? Ja, jetzt können Sie mal was dazu sagen. Das sind 10 Jahre, ne? Sind 10 Jahre. Ja, das ist immer schön, wenn meine Anwälte mit mir zusammen ein Seminar machen und ich mich dann wundere und beide mich überstimmen. Also das lese ich nachher nach. Interessant wäre ja dann auch, Tim, was ist denn dann, wenn einem das irgendwie nach drei Jahren auffällt? Er hat ja dann schon drei Jahre gearbeitet. Was ist denn dann? Genau. Also üblicherweise findet bei der Anfechtung eine Rückabwicklung des Vertragsverhältnisses statt. Das ist tatsächlich bei Dauerschulverhältnissen nicht der Fall. Also es ist nicht so, dass er Ihnen komplett das Arbeitsentgelt zurückzahlen muss für die drei Jahre. Das wäre ja nicht verkehrt. Ich glaube, darauf ziehen Sie dann die Frage an. Dann würde ich nur noch Anwälte einstellen, die gar nicht Anwälte sind. Dann hätten Sie drei Jahre Arbeitsleistung und kein Geld. Ja, das wäre auch geil. Also es findet keine Rückabwicklung statt, sondern das Arbeitsfeld endet dann halt mit der Anfechtung und ab dem Moment enden auch die gegenseitigen Verpflichtungen. Und so spricht derjenige, der muss dann keine Arbeitsleistung mehr erbringen und man muss aber auch kein Entgelt mehr zahlen. Also wie eine fristlose Kündigung sozusagen, nur dass ich keinen Kündigungsgrund brauche, sondern einfach sage, ich bin so betrogen worden, arglistig getäuscht worden, dass das eine Beendigung darstellt. Okay, gut. Genau. Ja, also das Offenbarungspflicht und Qualifikation hatten wir über die Eignung auch grundsätzlich. Also ob er auch gesundheitlich geeignet ist, diesen Job auszuführen. Herr Wittich hat es schon zu Anfang auch angesprochen, wenn jemand eben halt sich für Lagerarbeiten bewirbt, aber nicht mehr als einen Kugelschreiber heben kann. Ja, dann kann es grundsätzlich sein, dass er gar nicht geeignet ist für diese Tätigkeit. Auch das muss er offenbaren. Aber viele gehen doch dann dahin und sagen, ich kündige personenbedingt. Ja, der arbeitet, dann merke ich im Lauf von sechs Monaten natürlich noch gar nichts, weil er dann überobligatorisch dann doch hin und wieder mal was trägt. Dann sagt er irgendwann, ach nee, du, ich kann gar nicht mehr so richtig heben. Ich kann nur noch einen Kugelschreiber heben. Und dann geht man ja normalerweise hin und macht das über eine personenbedingte Kündigung. Es wäre also auch möglich, wenn man das Gefühl hat, dass es schon bei Einstellung vorgelegen hat, diese Einschränkung, dass man da über die Anfechtung auch noch geht zusätzlich. Das wäre auf jeden Fall möglich. Würden wir in der amtwärtigen Beratung auch zu raten, diesen Weg zu gehen? Es gibt Arbeitgeber, die wollen das nicht, weil es natürlich einer fristlosen Kündigung gleich kommt. Man will eher den schoneren Weg gehen. Aber, so, alles klar. Ich habe gerade eine Anweisung aus der Regie bekommen. Ja, ey. Und was steht drauf? Ich will es auch wissen. Wenn Sie fragen, Kamera 1 stand drauf. Wenn ich frage, dann geht Kamera 1 an. Haben Sie jetzt Kamera 1? Ja gut, Kamera. Jetzt fragt mal der Krämer was. Herr Krämer, fragen Sie mal was? Was soll ich denn fragen? Ist das eine Frage? Ja, nee. Ah, und jetzt kommt Kamera 2, ne? Wenn Herr Krämer fragt, kommt Kamera 2. Ah, genau. Aber Herr Krämer hier nämlich steht bei Kamera 2. Ja, sehr gut. Das ist ja nicht schlecht. So machen wir das. So machen wir das. Gut. Genau. Ja. Muss man über eine Freiheitsstrafe offenbaren, dass man eine Freiheitsstrafe verbüßt hat? Grundsätzlich müsste man wohl sagen, ja. Hängt aber auch so ein bisschen vom Job ab. Insbesondere natürlich in Positionen, die ein besonderes Vertrauensverhältnis voraussetzen, wird man darüber aufklären müssen, dass man eine Freiheitsstrafe verbüßt hat. Insbesondere in einschlägigen Straftaten, wie zum Beispiel Betrug, Veruntreuung dergleichen, wird man da nicht drum herum kommen. Auch da wird eine Verletzung zur Anfechtbarkeit führen, sodass das Arbeitsverhältnis dann eben halt durch Anfechtung endet. Ja, Gesundheitszustand hatte ich schon angesprochen. Insbesondere ist das zu offenbaren, wenn damit zu rechnen ist, dass das Arbeitsverhältnis als solches gar nicht angetreten werden kann. Dann ist das, ist die Offenbarungspflicht vorhanden. Da steht es dann auch nochmal zusammengefasst. Was ist mit einer guten Frage? Sie benutzen jetzt Folien, richtig. Spielen wir hin und wieder Folien ein? Hinweis von der Regie an alle Teilnehmer. Eigentlich haben wir Folien vorbereitet, wo das alles draufsteht. Aber es ist völlig wurscht. Sie bekommen die Folien nachher sowieso per E-Mail zugesend. Da können Sie es wunderbar nachlesen. Dann konzentrieren wir uns jetzt einfach auf den Vortrag von Herrn Fahlemann. Das passt ja dann. Okay, gut. Und das nächste Mal machen wir uns Rausaufgaben und gucken, wie wir die Folien auch einspielen parallel dazu. Gut, sehe ich auch so. Ja, Alkoholabhängigkeit, wird man das offenbaren müssen? Gerade bei Berufen, die mit dem Führen von Maschinen und Fahrzeugen zu tun haben, ist das auf jeden Fall zu bejahen. Ansonsten besteht diesbezüglich keine Offenbarungspflicht. Wie sieht es aus mit dem nachvertraglichen Wettbewerbsverbot? Was würdest du sagen, Ole? Wie wäre das bei Medikamenten, die man einnehmen muss, die Auswirkungen mittlerweile auf die Arbeitsleistung haben könnten? Na ja, auf die Arbeitsleistung halte ich für problematisch, ob man das offenbaren muss. Wenn es tatsächlich Medikamente sind, die auf das Führen von Fahrzeugen und Maschineneinfluss haben, dann könnte ich mir schon eher vorstellen, dass da auch diesbezüglich eine Offenbarungspflicht besteht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Fleischer hätte, der immer mit dieser Fleischer-Säge dann das Fleisch sägen muss und der nimmt irgendwelche Medikamente ein, die dazu führen können, dass er vielleicht auch mal sein Bewusstsein verlieren kann oder da eingeschränkt ist, dann könnte man ja auf jeden Fall damit argumentieren, dass man so eine Person dann da ja gar nicht beschäftigen kann, weil sie viel zu gefährlich ist. Genau, dass man sie, hätte man es gewusst, gar nicht erst eingestellt hätte. Ja. Das lässt sich auf jeden Fall so argumentieren. Also ich hatte auch mal einen Fall, der war Stauer. Jetzt fragen Sie, was ist ein Stauer? Wissen Sie, was ein Stauer ist? Im Hafen, ne? Ja, hier die Bremer, die Bremer, die wissen, was ein Stauer ist. Im Hafen? Sie haben ja nicht im Hafen gearbeitet. Also, im Hafen gibt es Schiffe und ein Stauer staut Waren in Schiffe. Und der war aber gleichzeitig Blutort. Der musste Medikamente nehmen, die sein Blut verdünnen aufgrund irgendwelcher gesundheitlichen Problematiken und am Ende des Tages konnte der einfach nicht mehr beschäftigt werden, weil er Angst hatte, wenn ich falle oder wenn was auf mich drauf fällt während dem Staunen, kann ich einfach sterben. Und das war ein Riesenproblem und er wurde dann gekündigt und damals habe ich ihn vertreten als Arbeitnehmer. Das war ganz lustig, weil ich habe gesagt, naja, ist ja auch egal. Ich denke, das wäre auf alle Fälle auch was, was einer, der sich als Stauer bewirbt, mitteilen muss von sich aus, weil darauf kann kein Arbeitgeber von sich aus kommen. Da kann man nicht sagen, bist du Bluter zufällig oder nimmst du Medikamente, die eben dich zu einem Bluter machen. Also es reicht ja allein schon, wenn man ein, wie heißt diese Erkrankung, wenn hier so ein Venenverschluss ist, eine Thrombose hatte, nehmen sie auch Medikamente als Blutverdünner. Da muss man halt gucken, okay, wie stark ist das und wie verletzungsanfällig ist denn der Beruf? Also natürlich, bei Berufen, die verletzungsanfällig sind, gerade im handwerklichen Bereich, sehe ich das auch so. Also wo es wahrscheinlich nicht ist, ist Bürotätigkeiten. Also da besteht der Fall, dass man sich auch mit Papier schneidet. Ob man dadurch ins Bluthaumsleben kommt, habe ich gewisse Zweifel. Also für Bürotätigkeiten wird das ja hier möglich sein. Ich war beim Nachmittag nicht dafür, dass das Verbot stehen geblieben. Ob diesbezüglich ein Offenbarungsflug besteht, so hier mal in die Runde. Ach so. Also wenn jetzt Sie zum Beispiel in der Anwaltskanzlei vorher gearbeitet hätten und Sie dürften nach einer Vereinbarung ein Jahr lang keine Mandanten vor Gericht vertreten und Sie würden sich dann bei mir bewerben, ich würde Sie einstellen und nach der Einstellung sagen Sie mir, Herr Wittig, finde ich eine tolle Idee, dass ich vor Gericht gehen soll. Aber ich darf gar nicht. Wäre ich da sehr... Es würde mich dann sehr wundern, wenn ich das nicht mitteilen müsste. So ist es. Man muss es nicht sagen. Eine richtige Karte. Wir kriegen nachher Punkte vielleicht. Ja, die Jahre Arbeitsrecht habe ich gelohnt. Das ist natürlich ein einstiegiger Beruf. Nachverteidigungsrecht und das Verbot, absolute Mitteilungspflicht. Es ist etwas anderes, wenn man plötzlich den Beruf wechselt. Was Herr Wittig sagte mit dem Rechtsanwalt, wenn der dann in eine Position geht, zum Beispiel in die Rechtsabteilung eines Unternehmens. Dann kann es durchaus sein, dass diesbezüglich das Wettbewerbsverbot nicht greift und dann muss das auch nicht offenbar. Dann kann er da arbeiten. Sie haben ja auch das Problem, dass ansonsten dann der alte Arbeitgeber Sie unter Umständen auf Unterlassungen in Anspruch nehmen. So ist es. Die Gefahr ist einfach da, dass das Arbeitsrecht wieder abgebrochen werden muss. Dadurch, dass der alte Arbeitgeber einen Unterlassungsanspruch geltend macht. Der alte Arbeitgeber hat übrigens nicht nur einen Unterlassungsanspruch gegenüber dem alten Arbeitnehmer, sondern der alte Arbeitgeber hat sogar einen Unterlassungsanspruch gegenüber dem neuen Arbeitgeber. Dass er den alten Arbeitnehmer, der jetzt neu beim neuen Arbeitgeber ist, nicht weiter so beschäftigt, wie er ihn beschäftigt, weil das wettbewerbswidrig ist. Das ist total kurios. Hatten wir hier auch schon mal so einen Fall. Da wundert man sich, wie man den Leuten Fretter zwischen die Beine werfen kann. Ja, ist so. Nachvertragliches Wettbewerbsverbot ist nicht ohne. Ist natürlich auch mit Geld verbunden. Der Arbeitgeber kann nicht einfach so ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot erteilen, sondern er muss die sogenannte Karenzentschädigung leisten. Die Karenzentschädigung beträgt immer 50 Prozent des sonst geschuldeten Arbeitsentgeltes für den Zeitraum des Wettbewerbsverbots. Also hat jemand 5.000 Euro verdient im Monat, muss man für die Zeit des Wettbewerbsverbotes 2.500 Euro als Karenzentschädigung zahlen. Muss man als Arbeitgeber auch wissen, ob man das tatsächlich möchte, ob es anders wert ist, dieses nachvertragliche Wettbewerbsverbot zu vereinbaren. Da kommen wir ja später theoretisch noch zu. Das ist ja eigentlich mein Partner, über Arbeitsvertragsklauseln zu reden. Nachvertragliches Wettbewerbsverbot habe ich jetzt, soweit ich mich daran ändern kann, ist jetzt nicht dabei. Aber das ist natürlich dann auch ein Problem, wenn ich als Arbeitgeber eine Klausel zum Beispiel aufnehme, die nämlich dann sozusagen nicht dem entspricht, was du eben gerade gesagt hast mit den 50 Prozent. Dass es dann ja unter Umständen sein kann, wenn ich es irgendwie falsch formuliere, dass dann nachher möglicherweise der Arbeitnehmer einfach sagt, ich möchte aber trotzdem die Kohle haben. Und dann habe ich nachher eine Klausel, die nicht wirksam ist, aber einen Arbeitnehmer, von dem ich mich getrennt habe, der dann trotzdem diesen Anfrag gibt. Das hast du vollkommen recht. So kann es passieren. Also man muss da sehr vorsichtig sein. Die muss vernünftig formuliert sein. So, ich weiß gar nicht, die Kamera ist die Eins. Egal. Ich bin... Die Zwei. Okay. Sie sehen, wir probieren hier noch einiges, aber der weiß doch gar nicht. Ach, ich finde das so ganz nett eigentlich. Das sieht man bei den Cremor hinter den ganzen Bierflaschen da. Unsere Damen hatte ich auch gerade im Bild, unseren Techniker. Also es soll ja so ähnlich sein wie beim Arbeitgebertreffen auch, da würden Sie hier auch alles sehen. Nur, dass Sie keinen Kaffee von uns kriegen. Gibt es eigentlich noch Fragen im Chat? Nee, nur, dass ich zu laut bin. Ach so. Sie müssen immer so ein Zeichen machen, dass ich nicht so laut schreie. Ah, okay. Ich sage mal ein bisschen ruhiger, bitte. Ich sage mal ein bisschen ruhiger. Alles klar. Sie sind halt immer so impulsiv. Ja. Muss man eine Schwangerschaft offenbaren? Was? Ich würde jetzt in die Runde fragen, wenn ich Publikum hätte. Fragen Sie mal die Damen. Ich frage mal die Damen. Muss man eine Schwangerschaft? Sind Sie schwanger? Das können Sie auch fragen. Beim Vorstellungsgespräch. Muss man es offenbaren? Nein, genau. Frau Becker schüttelt im Kopf. Eine Schwangerschaft muss man nicht offenbaren. Selbst die Frage kommen wir später auch zu. Ist aber ganz klar, es wäre unzulässig. Was ist mit einer Behinderung? Eine Behinderung als solche, die das Arbeitsverhältnis nicht betrifft, muss nicht offenbart werden. Aber eine, die eben halt Auswirkungen auf die Fähigkeit, das Arbeitsverhältnis durchzuführen hat, die muss offenbart werden. Also, es ist durchaus interessant, dass gerade wenn man den Eindruck hat, man könnte es mit einem Schwellbehinderten zu tun haben, dass dann eigentlich eine Offenbarungspflicht besteht. Und, wir kommen später dazu, auch ein Fragerecht desbezüglich. Das ist natürlich irgendwie auch ein sehr schmaler Grad wahrscheinlich, Tim, wenn man in diesem Bereich Behinderungen halt dann Fragen stellt, wenn man sich ja auf der anderen Seite möglicherweise dann angrabbar macht, wenn man jemanden dann nicht einstellt und den halt nach irgendeiner Behinderung gefragt hat, die dann aber eigentlich gar nicht relevant ist. Ist ein schmaler Grad, auf jeden Fall. Aber man muss natürlich niemanden einstellen, den man letztendlich nicht de facto beschäftigen kann, weil er die Alarmie ausführen kann. Wenn dafür die körperliche Konstitution nicht ausreicht, oder die geistige auch, dann muss man denjenigen nicht beschäftigen, selbst wenn er behindert ist. Das ist schon so. Ja, was kann einen davor schützen, dass man jemanden einstellt, der vielleicht gar nicht die Fähigkeit hat, den Beruf durchzuführen? Schützen kann eine Ereignungsuntersuchung. Hier sind mehrere Dinge denkbar, psychologische Tests, Stressinterviews, Intelligenztests, ein Assessment Center oder eben halt auch die ärztliche Untersuchung. Aber wie ist das denn? Können Sie den Arbeitnehmer einfach packen und zu einem Arzt schieben und sagen, okay, jetzt hier wirst du untersucht und ich erfahre auch alles genau, was du hast und die Diagnose? Wird es so weit gehen? Ja, eher wohl nicht. Also grundsätzlich ist eine solche Untersuchung freiwillig. Der Arbeitnehmer kann dazu nicht oder der Bewerber kann dazu nicht verpflichtet werden, sich untersuchen zu lassen. Tut er es doch, also macht er es freiwillig, steht dem nichts entgegen. Nur es muss auch einen Bezug zum Arbeitsverhältnis haben. Also nicht so, dass Sie einfach mit der Gießkalle für alle Bewerber in Zukunft Ereignungsuntersuchungen machen können. Das wäre zu weit. Es muss nämlich tatsächlich für den Job erforderlich sein, dass Sie gewisse medizinische Voraussetzungen einfach erfüllt haben müssen, damit dieser Job durchgeführt werden kann. Aber wie läuft das in der Praxis? Also ich würde ja, wenn Sie sich jetzt neu bei mir bewerben, würde ich sagen, so Herr Fahnemann, hier gehen Sie mal zum Dr. Müller, der checkt Sie mal. Und dann macht er alle Tests mit Ihnen und gibt mir dann einen Zettel zurück, wo drauf steht. Erstens hat er Zucker, dann ist es noch ein Bluter, dann hört er auf einem Ohr nichts, das eine Auge ist halb blind, er hat eine Rückenbeschwerden. Und wenn er lange sitzt, dann wird er Ihnen spätestens in zehn Jahren dauerhaft ausfallen. Das ist ja schwierig. Also so kann es ja nicht funktionieren. Also eine Ausforschungsuntersuchung. Wie läuft das also in der Praxis? Muss ich bestimmte Fragen diesem Arzt stellen, die er dann versuchen muss herauszufinden? Also kann er mehr als 20 Kilo dauerhaft heben? Ist er Alkoholiker oder wie muss man sich das vorstellen? Ja, grundsätzlich muss man sich das so vorstellen, dass man dem Arzt schon genaue Fragen stellt. Letztendlich darf der Arzt aber keine genaue Diagnose ihm gegenüber abgegeben als Arbeitgeber, sondern er darf nur sich äußern, geeignet. Oder nicht geeignet. Das ist letztendlich seine Aussage. Und warum nicht geeignet, dafür gar nicht mitteilen. Das darf er nicht mitteilen. Ich sage, einer ist für mich ungeeignet, wenn er, was weiß ich, Zucker hat oder Bluter ist oder was weiß ich, oder Rückenbeschwerden oder nicht mehr tragen kann als. Da kann ich auch ruhig 20, 30 Punkte aufführen. Und am Ende des Tages kriege ich nur von dem Arzt die Mitteilung, okay, ich habe ihn untersucht, er ist geeignet. Genau. Oder ungeeignet. Okay. Spannend. Da spannend ist in diesem Zusammenhang auch, dass, jetzt ist hier der Kamerat 2 wahrscheinlich, so dass man, wenn man zum Beispiel diese ärztliche Untersuchung nicht im zeitlich nahen Zusammenhang mit dem Vorstellungsgespräch oder vor der Einstellung vornehmen kann, kann man das Arbeitsverhältnis bedingt aufschiebend vereinbaren. Das würde sich in etwa so anhören, ich lese das mal kurz ab. Die Einstellung erfolgt unter der Voraussetzung gesundheitlicher Eignung für die vorgesehene Aufgabe. Der Mitarbeiter erklärt sich mit einer für ihn unentgeltlichen Fallweise Untersuchung durch einen Vertrauensarzt, der von der Firma benannt wird, einverstanden. Der Mitarbeiter entbindet den Arzt von der ärztlichen Schweigepflicht, allerdings nur soweit es die Beurteilung der Arbeitsfähigkeit des Mitarbeiters notwendig ist. Das wurde zum Beispiel vom LRG Hamm im Jahr 2006 so erschienen. In dem Fall drehte es sich um eine Krankenschwesteranwärterin, die sich in einem Krankenhaus beworben hatte. Und dort hatte das Krankenhaus genau diese Klausel verwendet und gesagt, das Ganze steht unter der aufschiebenden Bedingung, also unser Arbeitsverhältnis steht unter der aufschiebenden Bedingung der gesundheitlichen Eignung. Und sie ist dann auch zum Arzt gegangen und der Arzt stellte letztendlich fest, für die Aufgabe nicht geeignet. Und damit war es tatsächlich so, dass das Arbeitsfeld als solches nicht in Gang gesetzt wurde, obwohl tatsächlich auch schon einige Wochen an Arbeitsleistung stattgefunden hatten. Es war aufschiedend bedingt und es endete dann. Die Arbeitnehmerin hat geklagt bis zum LRG, also Landesarbeitsgericht, hat aber eben auch in zweiter Instanz verloren und war das Arbeitsverhältnis los. Okay. Und die Gehälter und so weiter bis dahin, Urlaubsansprüche, das wird ganz normal abgewickelt. Das wird ganz normal abgewickelt. Das ist bei Dauerschulverhältnissen tatsächlich immer so. Alles, was bis dahin entstanden ist, wird auch geschuldet. Eine Rückabwirkung findet nicht statt. Ja, Eignungsuntersuchung, genau. Was ist... Achso, noch eine Frage. Kann ich den Arzt raussuchen oder kann der Mitarbeiter sagen, hör mal zu, Herr Wittig, finde ich ja toll, dass Sie mich zu Dr. Müller schicken wollen, aber ich würde lieber zu Dr. Meyer gehen, weil der kennt mich eh sehr viel besser. Ich gehe zu dem, der kann das mal eben ausfüllen. Oder darf ich als Arbeitgeber das vorgeben? Also grundsätzlich dürfen Sie als Arbeitgeber den Arzt bestimmen, zu dem der Arbeitnehmer zu gehen hat. Die Frage ist eben halt, was passiert, wenn er sagt, zu dem gehe ich aber nicht, ich würde nur zu einem anderen gehen. Weil üblicherweise ist es ja so, dass man sagt, okay, findet gar keine Zustimmung zur Einstellungsuntersuchung statt, dann stellen wir sie auch nicht ein. Dann kommt gar kein Arbeitsverhältnis zustande. Das ist durchaus legitim, dass der Arbeitgeber dann sagen kann, ich mache das davon abhängig, ich gebe überhaupt gar keine Zusage. Was ist aber nun, wenn der Arbeitnehmer grundsätzlich bereit ist, nur zum anderen Arzt zu gehen? Ich meine, das muss der Arbeitgeber sich nicht bieten lassen. Er kann darauf bestehen, dass er zu dem von ihm selbst ausgewählten Arzt geht. Nehmen wir mal an, der Arbeitnehmer will ja auch wissen, auf was er untersucht wird. Da hat er einen Anspruch darauf, das zu erfahren, oder? Ich muss ja nicht zum Arzt gehen, ohne zu wissen, auf was er untersucht wird. Den Anspruch hat er. Und wenn er dann sagt, pass mal auf, du darfst mich aber gar nicht untersuchen lassen, dahingehend, ob ich 20 Kilo heben kann oder nicht, weil ich bin Anwalt. Du willst mir als Anwalt einstellen, was haben diese 20 Kilo damit zu tun? Und ich würde sagen, als dein Arbeitgeber, kann dir doch wurscht sein, wenn du da nicht hingehst und es nicht machst, dann stell dich nicht ein. Und er sagt, er weiß was, da gehe ich nicht hin, ich verklag dich aber, weil das ist jetzt was, was du gar nicht hättest untersuchen lassen dürfen. Gibt es da auch Schadenersatzansprüche möglicherweise, wenn also die Untersuchung zu weit ginge? Ja. Ist so. Oder hatten wir das schon besprochen? Ne, hatten wir nicht besprochen. Ist tatsächlich so. Es darf natürlich nur spezifisch für den Beruf, für den eigentlichen Job die erforderliche Eignung geprüft werden. Und wenn wir jetzt einmal das Beispiel haben, es ist ein Anwalt und jetzt soll plötzlich nachgeprüft werden, dass er auch 20 Kilo heben kann, was unsere Akten hier niemals erreichen, insbesondere jetzt in Zeiten der Digitalisierung. Also da könnte tatsächlich, wenn der Arbeitgeber sowas verlangt, ein Schadenersatzanspruch des Arbeitgebers raus entsteht. Auch so eine aufschiebend bedingte Klausel würde dann letztendlich zur Einstellung oder zur Weiterbeschäftigung des Arbeitnehmers führen. Das würde nicht dazu führen, dass er den Arbeitsplatz durch die aufschiebende Bedingung wieder verlieren würde. Ach so, weil ich ja gesagt habe, sagt mir geeignet oder ungeeignet. Der Arzt sagt ungeeignet. Dann habe ich einen Anspruch darauf zu erfahren, warum. A, weil ich nicht mehr als 20 Kilo heben kann. Das hat aber mit meinem Beruf gar nichts zu tun. Das darf nicht Grundlage sein und deshalb hätte er dann tatsächlich einen weiteren Beschäftigung oder einen Einstellungsanspruch. Oder einen Einstellungsanspruch. Genau. Okay. Also es ist nicht ganz so einfach, wenn man also, das nehme ich hier mit, diese Einstellungsuntersuchungen machen möchte, sollte man sich doch im Vorhinein genau überlegen, wann soll einer geeignet und wann soll einer ungeeignet sein. Und das wirklich daraufhin eben dann begrenzen, konkret speziell auf den auszuübenden Arbeitsplatz. Ja, so ist es. Okay. Das gleiche gilt im Übrigen auch für Drogen- und Alkoholtests oder sogar auch HIV-Tests. Bei Anwälte und Alkoholtests macht ja keinen Sinn. Also auch keine Drogen. Ach so. Okay, gut. So bei beiden noch nicht. Nein. Also es ist tatsächlich so, dass man als Arbeitgeber durchaus berechtigt sein kann, solche Tests wie Alkohol- und Drogentests vorher zu verlangen, wenn es eben halt für den Arbeitsplatz erforderlich ist. Gerade bei Bedienen von größeren gefährlichen Maschinen und Fahrzeugen kann man das verlangen. Was den HIV-Test angeht, ist dies auch durchaus denkbar, dass das zulässig ist, die Einstellung davon abhängig zu machen, dass derjenige sich einen solchen Test an sich durchführen lässt, da Bereiche wie in der Medizin, der Pharmaindustrie oder auch der Lebensmittelbranche durchaus ein Interesse daran haben, keinen HIV-Positiven zu beschäftigen. Wobei ich denke, da muss man nochmal schauen wahrscheinlich, weil die Medizin ja im Bereich HIV halt jetzt schon sehr, sehr weit ist, inwieweit das heutzutage überhaupt dann noch maßgeblich ist, weil man ja, glaube ich, durch bestimmte Medikamente irgendwie eine Ansteckung oder alles Weitere halt, glaube ich, schon ausschließt. Ja, Ulle, aber nicht jeder lässt sich entsprechend behandeln, du weißt es ja auch nicht, wer die Medikamente nimmt oder nicht. Aber bei HIV habe ich nicht da kürzlichen Urteil gelesen, dass HIV-Infektion kein Einstellungshindernis mehr sein darf? Ja, es kann sogar eine Behinderung darstellen, im Sinne des europäischen Behinderungsbegriffs, nicht im Sinne einer Schwerbehinderung. Aber auch da könnte diese Behinderung als solche ja daran hindern, den Job auszuführen. Ja, das ist nicht unbedingt gesagt, dass die HIV-Infektion nicht doch dazu führen kann, dass der Arbeitgeber sagen kann, ich habe ein Interesse daran, dass du nicht bei mir arbeitest. Das ist insofern, ja, es ist sicherlich etwas, was sich wandelt, wie Herr Kremer schon gesagt hat, auch durch die Medikamente, die entsprechend entstehen. Aber grundsätzlich ist eine HIV-Infektion noch etwas, was man abklappen darf, wenn man in einem kleinen Bereich theoretisch ist. Ja. Ihre Frage beantwortet, Herr Kremer? Ja, sehr schön. Wir wissen jetzt Bescheid. Gut, okay. Genau. Kommen wir zu den Fragen, die der Arbeitgeber stellen darf. Aber er hat grundsätzlich dann, und er kann dann Fragen stellen, wenn er, das heißt so schön, ein berechtigtes. Ah, halt, halt. Ja. Ich habe ja noch Fragen. Ich habe nämlich mal reingeschrieben in den Chat, gibt es noch Fragen, gerne hier einstellen. Und tatsächlich kommt hier eine Frage. Kann man einen Drogentest auch im Nachhinein verlangen, wenn man einen dringenden Verdacht hat? Und was kann ich machen, wenn der Mitarbeiter diesen verweigert? Kommen wir dazu später bei den Klauseln im Arbeitsvertrag, wo drin steht, der Arbeitnehmer ist verpflichtet, bei lang andauernder AU sich ärztlich-medizinisch untersuchen zu lassen. Herr Kremer, machen Sie da was dazu? Nein, wir haben zwar eine Klausel, die sich mit Alkohol oder Drogen befasst. Da könnte man halt Arbeitsvertrag nicht was regeln. Aber jetzt ist ja die Frage, eigentlich zählt ja jetzt darauf ab, was ist, wenn so eine Klausel eben nicht im Arbeitsvertrag ist. Und deswegen hat es ja mit der Klausel an sich jetzt nichts zu tun. Weil wenn ich eine Klausel habe, wo ich reinschreibe, wenn das und das vorliegt, dann muss der Arbeitnehmer das und das sozusagen über sich ergehen lassen. Da sind Sie der Frage aber geschickt ausgewichen. Ja, natürlich. Da sehen Sie mal, was einen guten Anwalt ausmacht. Eine klare Frage und eine klare Antwort. Deswegen muss das natürlich mein Kollege beantworten. Ah, okay. Sehr gut. Also die Frage ist tatsächlich, im laufenden Arbeitsverhältnis habe ich das Gefühl, dass einer Drogenabhängig oder Drogen nimmt. Was kann ich damit machen? Das ist gleich, wie wenn ich das Gefühl habe, dass einer Alkohol nimmt. Genau. Nimmt aber bitte. Ja, also grundsätzlich, also ohne entsprechende Arbeitsvertrag durch die Klausel besteht keine Verpflichtung des Arbeitnehmers, sich an solchen Test zu unterziehen. Wenn Sie die Befürchtung haben, dass jemand Drogen nimmt, auch gerade während der Arbeit, bestünden Sie hier die Möglichkeit oder sogar die Verpflichtung, Ihnen eben von der Arbeit zu entbinden. Sie dürften insbesondere, wenn er eben an Maschinen arbeitet, sich dort nicht weiter beschäftigen. Und bei Drogen ist es eben auch so, dass es im Einsatz zu Alkohol eine Straftat darstellt. Das heißt, man kann sich hier die Unterstützung der Polizei rufen. Wenn Sie also tatsächlich das Gefühl haben, dass jemand Drogen genommen hat, vielleicht sogar aktuell im Besitz von Drogen ist, also sprich ihm spinnt in der Firma und ähnlichem, dann können Sie die Polizei rufen. Und die wird dann alles weiter veranlassen, weil die hat auch die entsprechenden Hoheitsrechte, auch dort unter Umständen eine Untersuchung, eine Blutprobe entnehmen zu lassen. Also nutzen Sie ruhig das Recht, dass Sie haben, die Zeit zu rufen und die kann Ihnen dabei helfen. Ja, die Frage, die ja immer wieder kommt, ich weiß, dass einer oder ich habe das Gefühl, dass einer Drogen genommen hat und der sagt, ja gut, dann gehe ich halt jetzt von der Baustelle, der läuft zu seinem Auto, setzt sich rein und fährt nach Hause. Was mache ich als Arbeitgeber? Gibt es immer verschiedene Antworten? Ja, viel ist denkbar. Also letztendlich hat man als Arbeitgeber eine Fürsorgepflicht, auch gegenüber dem drogenabhängigen Arbeitnehmer und muss natürlich dafür sorgen, dass er gerade das nicht tut, dass er sich ins Auto setzt und wegfährt. Sondern da müsste man dafür sorgen, dass er eben halt ja vielleicht, dass sie ihn sogar ein Taxi kommen lassen oder ähnliches. Er darf auch jedenfalls auf keinen Fall Auto fahren. Sie könnten ja auch da, wie ich schon gesagt habe, die polizeiliche Hilfe in Anspruch nehmen. Oder einfach fahren. Herr Keller würde sagen fahren. Also Herr Keller würde wahrscheinlich raten, wenn Sie den Arbeitnehmer loswerden wollen, lassen Sie ihn ins Auto setzen, rufen Sie dann die Polizei. Und wenn der Führerschein nun gerade marktgeblich ist für das Arbeitsverhältnis, dann sind Sie den Arbeitnehmer wahrscheinlich los. Ja, vielleicht nochmal, wer Herr Keller ist. Herr Keller ist einer unserer erfolgreichsten Fachanwälte für Arbeitsrecht, also außer den Anwesenden natürlich hier. Der weiß schon, wie das richtig geht. Ich selber bevorzuge die Vorgehensweise auch. Also wenn das ein Arbeitnehmer ist, von dem ich mich ohnehin trennen will, der ist alkoholisiert, am Arbeitsplatz wahrscheinlich schon wiederholt und der fährt mit dem Auto heim, mache ich eins, ruft die Polizei und sagt, der kommt gleich zu Hause an. Vielleicht checken Sie den mal. Bei Drogen auch nichts anderes. Ich denke auch nicht, dass die Fürsorgepflicht soweit geht, denn schließlich ist es seine Sache zu entscheiden, ob er Auto fahren kann oder nicht. Das hat mit dem Arbeitsverhältnis meiner Meinung nach nichts zu tun. Letztendliche Gerichtsurteile zu dem Thema habe ich noch nicht gefunden. Auch die Sozialgerichte nicht, wenn es dann um Unfälle geht, auch nicht. Also ich würde es wahrscheinlich auch darauf ankommen lassen, je nachdem wie der Einzelfall eben ist. Aber das sind ja tatsächlich hier so die... Grundsätzlich sollte man schon sagen, dass man versuchen muss, wenn jemand jetzt irgendwie stark alkoholisiert ist oder neben sich steht, dann müssen Sie als Arbeitgeber schon versuchen, ihn darauf hinzuweisen, dass er nicht jetzt mit dem Auto... Ja, wenn er jetzt natürlich auf dem Weg zum Auto fünfmal auf die Nase fällt, weil er nicht mehr laufen kann, dann sieht das auch so. Aber Sie können ihn jetzt natürlich nicht zwingen, also Sie können ihm jetzt nicht den Schlüssel wegnehmen, Sie können ihm nicht sagen, dass er es nicht machen soll, weil Sie halt eben die Befürchtung haben, dass er alkoholisiert ist oder unter Drogen steht. Verhindern können Sie es dann nicht, aber mit ihm sprechen sollten Sie auf jeden Fall. Und zum Thema Untersuchung Drogen wie Alkohol, da kommen wir, weiß nicht, kommen Sie nachher noch auf das Thema Alkohol überhaupt zurück? Sonst würde ich eben kurz... Machen Sie das mal, das ist ja eigentlich hier zu sagen, das Herr Wittig-Standard-Thema, wo Sie immer... Herr Wittig-Standard, das bin ich denn jetzt im Bild? Das ist ein schöner Befragnis. Das ist doch schön. Also beim Alkohol ist es so, dass wenn ein Arbeitnehmer den alkoholisierten Eindruck macht, dann gehe ich zu ihm hin und sage, bist du alkoholisiert? Ja oder nein? Sagt er nein. Sag ich, okay, bist du bereit einen Alkoholtest zu machen, auch auf unsere Kosten? Sagt er nein, dann kann ich ihn dazu auch tatsächlich nicht zwingen. Wenn er ja sagt, ist es gut, die Kosten übernehme ich als Arbeitgeber und wenn er den Test dann macht, dann wissen wir, ob er alkoholisiert ist oder nicht. Wenn jetzt allerdings mehrere Leute im Betrieb merken, dass er alkoholisiert ist, also er schwankt, er riecht und so weiter und er weigert sich dann einen Alkoholtest zu machen, dann gilt er als alkoholisiert. Das heißt, die Beweislast ändert sich da auch, sodass es auf alle Fälle sinnvoll ist, immer dann, wenn einer alkoholisiert ist, sich das schriftlich bestätigen zu lassen von anderen Arbeitskollegen und wenn er sich dann weigert, dann ändert sich die Beweislast, denn er ist in der Beweislast, wenn eben Indizien vorliegen, dass er betrunken ist, nachzuweisen, dass er nicht betrunken ist. Und das ist eigentlich eine schöne Sache zum Thema Alkoholismus oder Alkohol am Arbeitsplatz und genau so ist es auch, wenn einer eben Drogen nimmt, wie kann man das erkennen? Und das Schöne bei Drogen ist auch anscheinend, ich habe einen Bekannten, der hat Koks genommen in der Disco, der wurde dann von der Polizei auch befragt und dann hat er gesagt, ja, ich habe hier Koks, aber nur einmal probiert. Ja, der ist halt gleich den Führerschein losgeworden. Das war mir auch neu bis dahin, weil ich bin irgendwie aus dem Alter raus mit Drogen und so Zeugs. Wer also starke Drogen nimmt, ist direkt den Führerschein los. Ja, ist das ein Verwaltungsverfahren, das dann in Gang gesetzt wird? Ja, dann wird der Führerschein losgeworden. Ja, es wird generell gesagt, dass Ihnen dann bei schweren oder harten Drogen einfach die generelle Ereignung fehlt. Genau, die generelle Ereignung fehlt und dann ist Führerschein weg. Finde ich auch ganz schön heftig. Und dann dauert es auch mindestens ein Jahr, dass man ihn neu machen kann. Sie müssen die Kamera wieder drehen. Genau, Kamera 2 ist es jetzt. Also, wir kommen nicht so schnell voran, wie ich dachte. Es wäre doch ganz gut, dass wir einige Dinge mehr besprechen. Ich finde es sehr angenehm heute. Genau. Letztendlich kommen wir jetzt doch zu den Fragerechten, die auch sehr interessant sind. Zulässige Fragen müssen wahrheitsgemäß verantwortet werden. Nicht zulässige Fragen hingegen, die der Arbeitgeber im Bewerbungsgespräch stellt, da besteht ein Recht zur Lüge des Arbeitnehmers. Und jetzt kommen wir eben halt mal zu den einzelnen Punkten. Ich würde sagen, wir gehen jetzt so nach und nach durch. Die Ende können sich Ihre Fragen dazu stellen. Die versuchen wir dann zu beantworten. Was ist mit Alkohol- und Drogenabhängigkeit? Also die Frage danach, Sie sitzen in den Währungsgesprächen und fragen, ob jemand Alkohol- oder Drogenabhängig ist. Diese Frage ist tatsächlich nur dann zulässig, wenn es zwingend für den Beruf erforderlich ist. Sagen wir mal, Sie haben jemanden, den Sie für das Büro einstellen, der also keine besonderen Tätigkeiten wie Fahrzeuge führen oder Ähnliches erbringen muss. Da wäre die Frage nach der Alkohol- und Drogenabhängigkeit unzulässig. Was ist mit der Frage nach dem Alter? Also Sie haben eine Bewerbung bekommen von einem Arbeitnehmer und der hat sein Alter nicht mitgeteilt. Auch vielleicht gar kein Foto mitgeschickt. Sie sehen ihn jetzt im Bewerbungsgespräch. Vielleicht kann man sie nachher einschätzen. Dürfen Sie nach dem Alter fragen? Die Frage muss man sich stellen. Ich frage mal hier in die Runde. Darf man nach dem Alter fragen? Frau nicht. Frau nicht. Man nach dem Alter darf man fragen, weil es grundsätzlich auch interessant sein kann, wie ist die berufliche Erfahrung, wie ist der berufliche Lebensweg, wie viele Jahre hat er schon erbracht. Das kann ja für die Stelle durchaus interessant sein. Es ist dann allerdings unzulässig, wenn die Frage dazu dient, eine heimliche Altersgrenze einzuhalten. Also Sie haben sozusagen intern für sich gezogen, wir stellen niemanden über 50 ein. Und wenn die Frage darauf abzieht zu erfahren, ist er schon über 50 oder ist er noch unter 50, dann wäre die Frage wiederum unzulässig. Aber bei Piloten zum Beispiel, wo es Altersgrenzen gibt oder bei bestimmten Berufen gibt es, vielleicht auch nicht nur bei Piloten, gibt es Altersgrenzen. Es gibt auch bei Rechtsanwälten Altersgrenzen. Bei Notar zum Beispiel. Bei Kassenärzten, Notar, genau. Genau, also da müsste man ja schon, aber gut, die sind ja... Wie gesagt, die Frage ist grundsätzlich auch zulässig. Das ist eine heimliche Altersgrenze. Wenn es eine offizielle ist, dann ist es auf jeden Fall zulässig. Auch die Frage nach einer Arbeitserlaubnis ist zulässig. Also es stellt keine Benachteiligung ausländischer oder Mitarbeiter dar, irgendwie Benachteiligung der Rasse oder Ähnlichem, sondern nach der Arbeitserlaubnis müssen Sie fragen, weil Sie letztendlich den Arbeitnehmer ohne Arbeitserlaubnis gar nicht beschäftigen dürfen. Wäre das dann ansonsten dann neben der Anfechtung deiner Meinung nach auch ein Kündigungsgrund, dann möglicherweise personenbedingt, wenn man diese Zulassung möglicherweise oder die Aufenthaltsgenehmigung im Nachhinein verliert? Ja, auf jeden Fall. Also eine Beschäftigung des Arbeitnehmers ohne Arbeitserlaubnis ist gar nicht möglich, sodass Sie letztendlich neben einer möglichen Anfechtung des Arbeitsvertrages, wenn man von der Offenbarungspflicht ausgehen musste, würde auf jeden Fall auch ein Kündigungsrecht bestehen. Das wäre dann eine personenbedingte Kündigung, weil er in seiner Person in die Arbeitsleistung reinzubringen kann. Ja, was ist mit der Frage nach dem Familienstand? Also sind Sie verheiratet, haben Sie Kinder? Diese Frage ist ebenfalls unzulässig. Mag man jetzt vielleicht so gar nicht glauben, aber der Arbeitnehmer kann diesbezüglich lügen. Insbesondere besteht nämlich eine Gefahr und deswegen ist es unzulässig wegen der Benachteiligung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften. Also Homosexuelle könnten durch diese Frage benachteiligt werden. Nach der Einstellung ist es im Übrigen zulässig, da nachzufragen. Sie können, wenn das Arbeitsverhältnis besteht, jederzeit erfragen, wie der Familienstand ist, weil Sie es unter Umständen auch benötigen, für zum Beispiel eine betriebsbedingte Kündigung. Weil diese setzt regelmäßig eine Sozialauswahl voraus und in der Sozialauswahl ist der Familienstand, also sprich, ist jemand verheiratet, ist jemand unterhaltspflichtig, gegenüber Kindern regelmäßig einzubringen. Bei der Schwerbehinderung als Einstellungsfrage oder als Frage im Lauf des Arbeitsverhältnisses, kommen Sie da noch dazu? Da wollte ich jetzt gerade dazu kommen. Gut. Genau. Also die Frage nach der Schwerbehinderung als solche, die ist im Einstellungsgespräch unzulässig. Der Arbeitnehmer kann dort lügen. Er kann also, wenn Sie ihn fragen, bist du schwerbehindert, dann kann er sagen, nein, bin ich nicht. Das kann ihm auch nicht zum Nachteil gereichen. Also ein späteres Herausfinden, dass er gelogen hat, kann nicht dazu führen, dass er deswegen gekündigt werden kann oder dass deswegen der Arbeitsvertrag angefochten werden kann. Allerdings ist es so, dass bei Schwerbehindern eine sechsmonatige Wartezeit besteht, bis sie den besonderen Kündigungsschutz erlangen. Ähnlich wie bei der Probezeit, die häufig ja mit Arbeitnehmern vereinbart wird, besteht bei Schwerbehindern halt auch eine sechsmonatige Wartezeit. Wenn diese verstrichen ist, dann hat man als Arbeitgeber ein Fragerecht an den Arbeitnehmer, ob er schwerbehindert ist. Er muss diesbezüglich dann auch die Wahrheit sagen. Das Interessante ist nämlich, sagt er nicht die Wahrheit, also behauptet er weiterhin nicht schwerbehindert zu sein, obwohl er schwerbehindert ist, dann kann er sich in einem späteren Kündigungsschutzprozess, wenn er eben halt durch irgendetwas gekündigt werden sollte, nicht mehr darauf berufen, dass er ja schwerbehinderter ist. Er kann also nicht heranziehen, dass man ja eigentlich vorher das Integrationsamt hätte um Zustimmung bitten müssen bei der Kündigung und der Arbeitgeber hat es nicht getan. Ja, er hat es ja gar nicht gewusst und er hat es nämlich nicht gewusst, weil der Arbeitnehmer ihn unberechtigterweise nach über sechs Monaten angelogen hat. Das ist also auch noch wichtig zu wissen. Sie können und sollten auch, gerade wenn Sie den Verdacht haben, dass ein Arbeitnehmer schwerbehindert ist, sollten Sie ihn nach sechsmonatiger Zugehörigkeit dann auch diesbezüglich mal befragen. Dann aber noch eine Frage, wie ist das denn, wenn ich jemanden betriebsbedingt kündigen möchte? Ja. Also einen Mitarbeiter von fünfen. Wir sind jetzt fünf in einer Reihe und wir möchten jetzt gerne einen kündigen. Dann ist es ja auch wichtig zu wissen, wer von den fünfen schwerbehindert ist oder vielleicht geworden ist. Die sind alle seit fünf bis zehn Jahren bei uns im Betrieb und da ist ja schon spannend zu wissen, wer ist denn eigentlich schwerbehindert? Darf ich denn dann auch nach der Schwerbehinderung fragen? Und was ist, wenn sich dann da einer nicht offenbart? Wie ich eben schon sagte, die Frage nach der Schwerbehinderung ist auf jeden Fall zulässig und sollte auch gestellt werden. Wenn sich einer nicht offenbart, dann ist er eben halt, was die Schwerbehinderung angeht, nicht zu berücksichtigen. Und bei der Frage der Sozialauswahl zum Beispiel. Aber wie muss ich das verstehen? Also pass auf, wir sind jetzt hier fünf Anwälte, Sie sind jetzt der Chef, Sie wollen einen entlassen, weil keiner schmeißt mehr einen raus. Wir brauchen also nur noch vier Anwälte und nicht mehr fünf. Und Sie fragen nach der Schwerbehinderung. Ich bin schwerbehinderlich, ich sage es Ihnen nicht. Jetzt werfen Sie mich raus. Ich renne natürlich zum Gericht und sage, ich bin schwerbehinderlich, ich darf gar nicht rausgeschmissen werden. Genau. Dann hat er nicht den Anspruch darauf. Er kann sich nicht auf seine Schwerbehinderteigenschaft berufen, da er ursprünglich darüber kann nicht die Wahrheit gesagt haben. Okay, also wäre es dann doch extrem wichtig, tatsächlich dann nach Schwerbehinderung zu fragen. Auf jeden Fall. Vor Ausspruch von betriebsbedingten Kündigungen. So ist es. Es kommt ja immer noch an, muss man ja auch sagen. Wenn Sie jetzt zum Beispiel eine größere Umstrukturierung planen, dann kann das sicherlich sinnvoll sein, weil Sie ja dann halt auch im Rahmen der Sozialauswahl das bei der Punkteberechnung berücksichtigen müssen. Auf der anderen Seite kann es natürlich auch sein, wenn Sie zum Beispiel im Rahmen der Umstrukturierung da nachfragen, dass Sie die Leute auf die Idee bringen. So würde ich es jedenfalls machen, wenn ich jetzt der Arbeitnehmeranwalt wäre und dann kommt ein Arbeitnehmer zu mir und sagt, Mensch, wir sind jetzt hier irgendwie alle in Betrieb gefragt worden, ob wir irgendwie schwerbehindert sind oder irgendwas. Und man munkelt irgendwie, es steht eine Betriebsschließung im Raum. Dann würde ich als Arbeitnehmeranwalt dem Arbeitnehmer her empfehlen, würde ich sagen, okay, hast du vielleicht irgendwelche Bewehchen, geh mal zum Arzt und stell mal einen Antrag. Weil dann ist es natürlich so, Sie können sich dadurch natürlich dann auch unter Umständen einen besonderen Kündigungsschutz sozusagen einkaufen, wenn Sie es rechtzeitig machen. Wenn die Kündigung dann innerhalb von ein paar Wochen ausgesprochen wird, dann sind Sie nicht geschützt. Aber wenn Sie den Antrag zum Beispiel drei, vier Wochen vor Ausspruch der Kündigung gestellt haben, dann ist allein das Risiko, dass nachher über diesen Antrag im Nachhinein irgendwann ein Verwaltungsverfahren positiv beschicken wird, dass die ganze Kündigung dann für die Tonne ist. Das ist so. Aber wie viel Zeit hat er denn? Wenn ich jetzt einen Arbeitnehmer frage und sage, pass mal auf, wir stehen hier vor einer betriebsbedingten Kündigung, ich möchte gerne von euch allen wissen, wer schwerbehindert ist, damit wir die richtige Sozialauswahl treffen können, ich bitte euch, binnen drei Tagen mitzuteilen, ob ihr schwerbehindert seid oder nicht. Aber gut, da kann ich an dem Tag losrennen. Nein, aber genau das ist ja eigentlich witzig. So wie Sie es gesagt haben, ob ich schwerbehindert bin, da könnte ich ja mit Fug und Recht sagen, nö, bin ich nicht. Stell aber gleichzeitig den Antrag an dem Tag noch los, und stell den Antrag an. Und wenn dann die Kündigung zu spät kommt, dann habe ich auch wieder Kündigungsschutz. Da weiß ich es ja wahrscheinlich noch nicht, da würde ich dazu Ihnen sagen, aber übrigens, ich habe einen Antrag gestellt. Ja, genau. Also, du hast auch vergessen zu erwähnen, man hat natürlich mit der Antragstellung den besonderen Kündigungsschutz, der tritt eben an, wenn das Verfahren läuft. Genauso hat man auch einen Antrag, wenn man einen Antrag... oder 50 Prozent, wie viele sagen. Wenn man zum Beispiel nur 30 GBW hat, kann man einen Antrag auf Gleichstellung oder Arbeitsagentur stellen. Also, mit einem Schwerbehindertenentschlag gleichgestellt zu werden, dann hat man auch ab dem Moment den besonderen Kündigungsschutz. Genauso wie wenn man den Erstantrag überhaupt auf Anerkennung einer Schwerbehindung stellt. Und insoweit hat Herr Krämer vollkommen recht, man kann den Arbeitgeber anlösen und sagen, ich bin schwerbehindert, und in der nächsten Stunde zum Amt laufen und dort einen entsprechenden Antrag stellen, dann wäre man geschützt. Insofern kann man die Frage des Arbeitgebers natürlich auch erweitern. Man kann sagen, sind Sie schwerbehindert? Sind Sie einem Schwerbehindertenentschlag gestellt? Haben Sie einen Antrag auf Anerkennung einer Schwerbehindertenentschlag gestellt? Haben Sie einen Antrag auf Gleichstellung gestellt? All diese Fragen sollten kommen, damit Sie möglichst viele Situationen ausschließen. Und dann, wie gesagt, wenn der Arbeitnehmer sich diesbezüglich anlügt, obwohl es anders ist, dann kann er sich nicht mehr auf seinen besonderen Kündigungsschutz berufen. Okay. Die Frage, die sich ja sonst, ich weiß nicht, ob die jetzt in Anführungszeichen im Publikum gestellt ist, aber viele Arbeitgeber fragen sich ja auch, ob man einfach generell nach einer Schwerbehinderung fragen sollte im Laufe des Arbeitsverhältnisses. Macht das für dich Sinn oder macht das für dich eher weniger Sinn? Also, grundsätzlich ist es ja so, dass man, sobald man einen Schwerbehinderten hat, ihm besondere Rechte gewähren muss, auch mehr Urlaub zum Beispiel, fünf Tage mehr Urlaub im Jahr. Man kann aber auch natürlich die Behindertenabgabe sparen, wenn man ihn mit Schwerbehinderung beschäftigt. Ab einer gewissen Betriebsgröße ist es ja erforderlich, dass man diese zahlt. Aber die Problematik über Stunden ist ja auch, kannst du dann nur noch mit seiner Zustimmung? Genau, das stimmt. Also es gibt auch tatsächlich Nachteile. Wann die Frage immer kommen sollte, ist Vorausspruch einer Kündigung. Weil dann geht man auf Nummer sicher. Also es ist auch beim Urlaub tatsächlich so, wenn man einen Betrieb hat, wo es 30 oder 35 Tage Urlaub gibt und jetzt ist ein Schwerbehinderter schwerbehindert geworden oder ein normaler Arbeitnehmer ist schwerbehindert geworden, dann hat er zu den 35 Tagen tatsächlich nochmal fünf Tage mehr. Und in den Arbeitsvertrag, also manche schlimme Arbeitgeber fragen uns das, kann ich denn in den Arbeitsvertrag reinschreiben, es gibt bei uns 35 Tage Urlaub, aber wenn Sie schwerbehindert sind, dann bekommen Sie keine fünf Tage mehr Urlaub, sondern sind es auch die 35, weil ich möchte gerne, dass alle meine Mitarbeiter gleich behandelt werden. Alle meine Mitarbeiter sollen 35 Tage Urlaub haben oder 30 Tage. Also jedenfalls mehr wie gesetzlich Mindesturlaub. Und dann gehen sozusagen die Urlaubstage des Schwerbehinderten da drin auf. Hatten wir kürzlich mal so einen Fall. Kann ich ja dann was dazu sagen, weil ich ja eigentlich die Klauseln halt auch mache. Achso, gut. Das ist meiner Meinung nach vollkommen unzuletzt. Ist es auch, tatsächlich. Also ich glaube sogar, dass es von irgendeinem LAG oder der LHG schon entschieden worden ist. Ist ja auch logisch, der Zusatzurlaub ist ja gerade dazu da, um diesen behinderten Menschen halt die Erholung zu geben, die er eben aufgrund seiner Behinderung so zu einem vergleichbaren Arbeit, die man eben nicht hat. Das ist Sinn und Zweck dieser Regelung. Und da kann man natürlich nicht dann, auch wenn es mehr Urlaub gibt als den gesetzlichen, gehen dann halt dann irgendwie. Mir ist das sowieso klar. Also dann ist er gut. Wunderbar. Dann passt das ja. Also um nochmal zurückzukommen, die Frage, die ich eben in den Raum gestellt habe, da würde ich halt sagen, also grundsätzlich fragt man eben nicht nach der Schwerbehinderteneigenschaft, sondern nur in diesem speziellen Fall, möglicherweise, wenn eben eine Kündigung halt aufsteht oder ansteht, dass man dann fragt. Wenn man generell fragt, dann kann man das natürlich machen, aber da muss man ganz genau abwägen. Das hat zum einen eben Vorteile mit der Abgabe, so wie du es gesagt hast. Auf der anderen Seite hat es natürlich auch erhebliche Nachteile, weil sie in ihrem Direktionsrecht gegen diesen Arbeitnehmern massiv eingeschränkt werden. Obwohl tatsächlich viele Schwerbehinderte es von sich aus selbst ihrem Arbeitgeber einfach auch nicht sagen, weil sie auch gar nicht anders behandelt werden wollen. Also das haben wir auch schon oft erlebt. Und ja gut, das kann man jetzt bewerten oder auch lassen. Das ist einfach Fakt. Genau. So ist es so. Ja, die Frage nach dem Gesundheitszustand. Ist die zulässig? Tatsächlich ist sie zulässig. Man kann nach dem Gesundheitszustand fragen, da eine Beeinträchtigung vorliegen könnte, die die Arbeit dauerhaft oder zumindest teilweise aufschließt. Und hinzu kommt ja auch noch, dass die Gefährdung künftiger Kollegen vorliegen könnte, also die Ansteckungsgefahr. auch pro geplante Operation, weil das ist eine billigte Kur, darf man nachfragen. Das wurde bereits in den 80er Jahren vom Bundesarbeitsgericht entschieden. Ja, kann man nach der Gewerkschaftszuggehörigkeit fragen? Also, sind Sie bei Verdi aktiv? Diese Frage ist tatsächlich unzulässig. Sie sind eine Gewerkschaft. Ach so, halt, 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 halt. Hier war noch eine Frage. Das ist ja immer, wenn ich hier selber am Quatschen bin, dann lese ich immer den Chat nicht. Hier fragt jemand, wie ist der Nachweis zu führen, dass er befragt wurde, der Schwerbehinderte? Also, ich gehe mal davon aus, war damals noch die Frage, fünf Leute, ich will fünf Leuten künftigen, ich frage fünf Leute, seid ihr Schwerbehinderte? Jeder, der Schwerbehinderte, das hebt mal bitte die Hand. Ich glaube, das wird nicht funktionieren, weil allein Datenschutz das verbietet, dass hier einer vor anderen offenbart, dass es Schwerbehinderte ist. Also, wie sollte man das bestenfalls machen, dieses Befragen und den Nachweis führen? Tatsächlich schriftlich. Also, da reicht, also es muss nicht handschriftlich sein oder eben halt als entsprechender Brief, sondern auch da würde sicherlich ein E-Mail ausreichen, wenn es die Schwerbehinderte, dann kommt die Antwort ja, nein. Aber Sie müssen das schon dokumentieren. Einfach zu behaupten, Sie haben ihn gefragt, er hat nein gesagt und er würde behaupten, ich wurde nie gefragt, dann bleiben Sie dem Beweis schuldig. Insofern bietet es sich wirklich an, hier schriftlich nachzufragen. Genau, Sie sind halt nachweispflichtig dann ja auch, wenn Sie sich auf diesen Ausschluss dann halt stützen, dass Sie sagen, ich habe ihn gefragt, das ist ja für Sie eine positive Eigenschaft, da sind Sie natürlich dann nachweispflichtig. Also müssen Sie es am besten irgendwie schriftlich dokumentieren. Genau, so ist es. Ja, was mit der Frage nach der Heirat? Also vor allem wird es an weibliche Bewerber gerichtet. Diese Frage ist tatsächlich auch unzulässig. Es besteht jetzt bezüglich keinem berechtigtes Interesse des Arbeitgebers. Ja, kann er nach Lohnpfändung fragen? Grundsätzlich nicht. Also mit anderen Worten, sind Sie pleite, geht monatlich was zwangsweise von Ihrem Konto ab? Diese Frage sind unzulässig. Es sei denn, es ist eine besonders zuverlässige Vertrauensperson gefordert. Also sprich, Sie haben eine Bank und dort ist eben halt jemand für Vermögensdinge zuständig. Den müssen Sie, den können Sie entsprechend befragen, ob er eigentlich, ja, ob er eigentlich eine geregte finanzielle Situation hat. Genau, ich hatte auch mal eine Mitarbeiterin, die hatte ich nicht selbst, also einen Mandanten, der hatte eine Mitarbeiterin, die war für seine privaten Buchungen und alles weitere halt verantwortlich. und da ist es so gewesen, dass sie erhebliche Lohnpfändung halt gegen sich laufen hatte und da ist es wirklich so, dass es, ich weiß nicht, ob es vom BAG entschieden worden ist oder auf jeden Fall schon mal von irgendeinem LAG, dass das dann halt auch ein personenbedingter Kündigungsgrund eben sein kann unter Umständen, wenn diese Person halt keine geregelten Einkommensverhältnisse hat. Hat mich so auch erstmal überrascht, aber ist anscheinend schon mal irgendwie gerichtlich Thema gewesen und da gibt es auch Urteile dazu. Ja, so ist es. Ja, etwas, was wahrscheinlich heute nicht mehr so interessiert, und zwar Tätigkeit für die Stasi, für das Ministerium von Staatssicherheit, diese Leute dürfen mittlerweile fast alle in Rente sein, aber kann ja nicht was immer passieren, ist für privaten Arbeitgeber nicht entschieden worden, für den Arbeitgeber im öffentlichen Dienst, da ist die Frage zulässig anerkannt worden, also damit Sie es auch mal gehört haben. Was ist mit Nichtrauchereigenschaft? Dürfen Sie fragen, ob jemand Nichtraucher oder Raucher ist? Diese Frage ist tatsächlich auch unzulässig. Wir haben natürlich die Situation, dass in vielen Betrieben Regelungen zu Rauchen getroffen wurden, die sind zu beachten, ganz klar, aber mit einer Frage beim Einstellungsgespräch können Sie dennoch nicht kommen. Da darf der Arbeitnehmer tatsächlich auch lügen. Er muss sich dann aber natürlich später auch an die Vorschriften, die im Bezug gelten, für Raucher muss er sich halten. Ja, weitere Einzelfälle, Parteimitgliedschaft. Auch hier besteht kein Interesse des Arbeitgebers daran zu erfahren, an welcher Partei der Arbeitnehmer ist, wenn er überhaupt in einer Partei ist. Diesbezüglich kann er auch lügen, allerdings nicht dann, wenn Sie selbst eine Partei sind. Also stellen Sie sich vor, Sie sind die SPD und stellen jemanden ein. Dann können Sie danach fragen, ob er eventuell in der CDU ist. Dann wäre es halt zulässig. Ja, Frage nach der Qualifikation hatten wir eingangs auch schon. Ist stets zulässig? Die muss wahrheitsgemäß beantwortet werden. Kommt noch, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, kommt noch die Kirchenzugehörigkeit? Ist jetzt genau der nächste Punkt. Ah, siehste. Genau, Religionszugehörigkeit. Ist grundsätzlich unzulässig, also es interessiert als sozusagen normalen weltlichen Arbeitgeber nicht, ob sie, welche Religion der Arbeitnehmer angehört. Es sei denn, sie sind ein kirchlicher Tendenzbetrieb, also sprich ein kirchliches Krankenhaus, die Kirche selbst, Kindergärten, kirchliche Schulen oder kirchliche Pflegeheime. Dann darf diese Frage gestellt werden. Die Frage ist, ob dann die Einstellung davon abhängig gemacht werden kann, dass, ich habe da Änderungen jetzt in der Rechtsprechung so eine schrittweise bemerkt. Das BRG weicht das langsam auf, dass eben halt auch andere Konfessionen dort beschäftigt werden dürfen und dass das dann für sich genommen kein Kündigungsgott oder ein Einstellungssinnendes darstellt. Mal schauen, wo da die Reise hingeht. Ja, das war auch kürzlich das Urteil hinsichtlich des Chefarztes, der sich hat scheiden lassen, was früher ein Klassiker war dafür, dass wenn ich eben in so einem katholischen Verein angestellt war, dass ich dann auch meinen Job verloren habe, auch als Chefarzt. Da haben sie es ja aufgehoben und haben gesagt, naja gut, solange jetzt auch die Pflegerin, die sich hat scheiden lassen, nicht entlassen wird, dann darf der Chefarzt auch nicht entlassen werden, obwohl da der Entlassungsgrund wahrscheinlich ein anderer war, als eigentlich, dass sich scheiden lassen kann. aber nichtsdestotrotz interessante Entscheidungen ist. Vom BG vor zwei Jahren glaube ich entschieden, so in der Pandemie war. Ja, genau. Ja, was ist die Frage nach einer Schwangerschaft? Also wenn uns einer zuhört, der Chefarzt ist und verheiratet und sich gerne scheiden lassen, würden sich nur deshalb nicht entscheiden lassen, weil langszeit seinen Job zu verlieren, sie können sich entscheiden lassen. Genau. Das ist auch eine wichtige Info, oder? Das ist aber auch ein Problem gewesen für ein normales Krankenhaus. Gut, dass du das nochmal aufgreifst. Und für Anwälte auch nicht. Okay, also wichtig, das wäre jetzt nur die Frage, wenn es der Chefarzt im katholischen Krankenhaus, wie auch nicht im Sankt-Marien-Stift oder so. Also hier hören ja auch Leute aus München zu und ich glaube, da gibt es hier halt oder aus Bayern insgesamt. Ja, okay. Genau, Schwangerschaft, Frage nach der Schwangerschaft. Ist unzulässig. Und zwar ist es bei der Schwangerschaft auch immer interessant, was sie für Folgen hat. Ich habe häufig Arbeitnehmer, also die führt letztendlich zu einem Kind in der Regel, das ist mir bewusst. Nein, es geht um die Frage, welche Arbeitszeit die für Folgen sie hat. Ich habe häufig Arbeitnehmer, die da sagen, okay, da hat sie gar nicht erst den Job angetreten und die Probezeit ist abgelaufen. Jetzt ist sie wieder da aus der Elternzeit. Läuft denn jetzt noch wieder die Probezeit? Ich muss doch irgendwas machen können. Und tatsächlich ist es so, dass die Probezeit und auch die Wartezeit, der jemand halt in den ersten sechs Monaten gekündigt werden kann, ist abgelaufen, trotz der Schwangerschaft. Sie haben dann ein festes Arbeitsverhältnis. Das Einzige, was sie tatsächlich schützt in dem Fall, ist die Befristung. Wenn ein Arbeitsverhältnis befristet ist, sagen wir mal, sie haben es auch ein Jahr befristet und die werdende Mutter ist eben halt während der Zeit weg und dann auch, wenn sie dann Mutter ist, in der Elternzeit nicht mehr da, dann endet das Arbeitsfeld es trotzdem nach einem Jahr, selbst wenn sie in der Zeit überhaupt nicht gearbeitet hat. Aber nur dann. Also das Einzige, was sie schützt, ist tatsächlich die Befristung. Andere Möglichkeiten haben sie da nicht. Außer wenn die Befristung diskriminierende Wirkung hat, nämlich dann, wenn ein Arbeitgeber ausschließlich Arbeitsverträge von weiblichen Mitarbeitern befristet. Das stand auch kurz nicht irgendwo. Fand ich ganz spannend, dass man auch da den Nachweis führen könnte. Und noch eins vielleicht wichtig, wenn jemand in Elternzeit ist, wird die Befristung nicht für den Zeitraum unterbrochen. Das wäre ja nochmal schön, dass man sagt, okay, ich habe auf ein Jahr befristet, sechs Monate ist sie nicht da wegen Elternzeit, also verlängert sich die Befristung um weitere sechs Monate. Ich glaube, bei Messi war ja sowas ähnliches, nicht, dass der in seinem Aufhebungs- oder in seinem Vertrag drin hatte. Am Ende der Saison kannst du hier deine Ausstiegsklausel wählen und die hat er auch einfach mal verlängert, weil er gesagt hat, die Saison hat länger gedauert, die war ja unterbrochen. Also so ist es eben hier im deutschen Arbeitsrecht nicht, wenn das befristet ist und jemand ist in Elternzeit oder sonst irgendwie krank oder keine Ahnung, dann verlängert sich die Befristung nicht so. Und die ist eben wirklich taggenau. Genau so ist es. Ja, weiter Einzelfall, Verdienst beim bisherigen Arbeitgeber, die Frage danach ist unzulässig, insbesondere wenn der Arbeitnehmer nicht selbst gesagt hat, ich möchte so viel verdienen wie beim bisherigen Arbeitgeber. Häufig passiert das ja, dass auch ein Gehaltswunsch mit reingestiegen wird in die Bewerbung, aber wenn dem nicht so ist, dann ist die Frage nach dem bisherigen Verdienst unzulässig. Über die Vermögensverhältnisse hatten wir schon gesprochen, das wäre noch ein weiterer Punkt. ist ja auch grundsätzlich unzulässig, allerdings eben halt dann, wenn ein besonderes Vertrauen an den Arbeitnehmern gestellt wird in der konkreten Position, die er bei ihm ausführen soll. Wenn jemand zum Beispiel die Buchhaltung bei Ihnen erledigt oder ähnliches, dann kann auch danach gefragt werden. Ja, Frage nach Vorstrafen ist dann zulässig, wenn es für den Arbeitsplatz von Bedeutung ist, insbesondere bei Einstiegenden. Ich hatte es vorhin schon gesagt, sowas wie Untreue oder Beleidigung, nicht Beleidigung, Untreue oder Betrug, so könnte dazu führen, dass Sie da ein entsprechendes Fragerecht haben. Die Frage nach dem Wehrdienst, haben Sie gedient, ist unzulässig, hat keine Bedeutung für das Arbeitsverhältnis und würde unter Umständen eine Diskriminierung männlicher Bewerber darstellen. Nach Wettbewerbsverboten dürfen Sie fragen und sollten Sie auch, weil, wie schon bei der Offenbarungspflicht auch, führt es dann dazu, wenn ein Bedeutung Verbot besteht, dass der Arbeitnehmer unter Umständen die Arbeit bei Ihnen gar nicht angelegt hat oder sie halt wieder unterreichen muss und sogar der frühere Arbeitgeber einen Unterlassungsanspruch gegen Sie als neuen Arbeitgeber hat, den Arbeitnehmer zu beschäftigen. Ich habe hier noch Fragen. Inwieweit hat eine Schwangerschaft Einfluss bei einer betriebsbedingten Kündigung? Klammer auf, zum Beispiel Auflösung der Abteilung. Ich verstehe das so, ich möchte eine komplette Abteilung auflösen, die gibt es einfach nicht, aber so Leute, die mit Schraubenherstellung beschäftigt sind und gleichzeitig habe ich noch einen Kindergartenbetrieb und ich sage, Schrauben mache ich nicht mehr, alles was damit zu tun hat, stelle ich ein und jetzt ist da jemand, der schwanger ist. Kann ich jetzt da kündigen, wie sieht es da aus? Die Nachfrage ist auch, wie ist es bei Auszubildenden, der Vertrag ist ja auch befristet, also auch wenn ich jetzt einen Auszubildenden hätte und würde den Betrieb komplett, den Betriebsteil komplett auflösen, vielleicht dazu noch. Also vielleicht zunächst zur Schwangeren, bei Schwangeren ist es so, dass sie natürlich auch gekündigt werden können, nur die Zustimmung des zuständigen Gewerber auch des Tages. Sie müssen also dann, wenn sie eine betriebsbedingte Kündigung durchführen wollen, also wie gerade in dem Beispiel von Herrn Wittig, eine Abteilung komplett einstellen, dann müssen sie die Zustimmung des Gewerbeaufsichtsamtes einholen. Wenn diese vorliegt, können sie auch eine Schwangere ganz normal kündigen. Und bei Auszubildenden ist es so, dass sie nach der Ablauf der maximal vier Monate Probezeit nur noch fristlos, außerordentlich fristlos gekündigt werden können. Wenn sie eine Betriebsstilllegung haben, dann wäre das tatsächlich ein solcher fristloser Kündigungsgrund. Vielleicht mit sozialer Auslauffrist, darüber müsste man nochmal nachdenken, ob man tatsächlich den Auszubildenden dann zwar außerordentlich fristlos kündigt, aber eben halt mit einer entsprechenden Auslauffrist von vielleicht einem oder zwei Monaten angepasst an den übrigen Mitarbeitern. Auch dann könnte man einen Auszubildenden entsprechend kündigen. Aber die Frage ist ja, wann kriege ich die Zustimmung vom Gewerbeaufsichtsamt, wenn ich eine Schwangere kündigen will? So viel ich weiß, ist es natürlich so, wenn ich einen Betrieb komplett schließe, kriege ich auch immer die Zustimmung. Normalerweise kriege ich bei Schwangeren eben die Zustimmung nicht. Das ist schwierig. Aber wenn ich wirklich zumache, dann schon. Also ich hatte kürzlich eben auch den Fall, dass jemand den Betrieb komplett stillgelegt hatte und dann meinte er, aber er kann den Betrieb gar nicht stilllegen, weil die sei ja jetzt noch schwanger, sie müsse jetzt da noch ein Jahr weitermachen und danach ist sie in Elternzeit, da haben wir ja genau die gleichen oder ähnlich schwere Kündigungsvorschriften. Klar, aber wenn ich den Betrieb stilllege, dann kriege ich da auch die Zustimmung. Es kann natürlich bei einer Teilbetriebsstilllegung kann es anders sein, gerade wenn die Möglichkeit einer anarbeitigen Beschäftigung der Schwangeren besteht, aber bei einer gänzlichen Stilllegung des Betriebs wird die Zustimmung des Gewerbeaufsichts und das auch erfolgen. Also bei der Teilstilllegung werden wir natürlich wirklich intensiv gucken, ob sie nicht an einer anderen Stelle weiter beschäftigt werden kann und nicht dafür eher jemand anders gekündigt werden müsste. Einfach die Sozialauswahl müssen wir dann etwas weiter fassen. Das sind aber dann tatsächlich die besonders kniffligen Fälle. In der Tat. Okay. Jetzt komme ich zum Abschluss meines Teils, nehme ich noch mal kurz auf die Frage des Datenschutzes im Bewerbungsverfahren. Da hat sich seit Anführung der DSGVO einiges getan. Und zwar ist spätestens der Erhalt der Bewerbung ein Arbeitnehmer entsprechend zu informieren und zwar darüber über Namen und Kontaktdaten des Verantwortlichen für Datenverarbeitung, über Zwecke und Rechtsgrundlage der Verarbeitung, über Dauer der Speicherung, über die Rechte des Betroffenen nach Artikel 15, 18, 21 DSGVO das Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde. Also diese Dinge habe ich jetzt mal eben so runtergerattert, aber Sie müssen tatsächlich grundsätzlich einen Bewerber nach DSGVO informieren. das ist Ihre Verpflichtung. Wenn Sie die Bewerbung haben, können Sie die Daten dann auch entsprechend bearbeiten. Eine Eingebungserklärung des Bewerbers ist dafür nicht erforderlich. Allerdings können Sie die Bewerbung nicht ewig lang aufbewahren, sondern Sie müssen sie nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens komplett vernichten. Man könnte darüber nachdenken, ob gerade auch zum Aufschluss von Klagen nach dem allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz die noch das Recht haben die zwei Monatsfrist nach der solche Ansprüche gemacht werden können die Daten noch aufzubewahren die Bewerbung also aber spätestens nach dem Ablauf von zwei Monaten ist die Bewerbung dann zu vernichten. Und ja das können Sie alles dann noch mal nachlesen in den Unterlagen die wir Ihnen zuschicken. Ich würde jetzt abgeben an Herrn Krämer der jetzt Ihnen dann zu den Arbeitsvertragsklauseln einiges sagen wird. Ich bedanke euch für eure Aufmerksamkeit und hoffe es hat Ihnen Spaß gemacht und wir haben einiges gelernt und noch weitere Fragen kommen. Ich bin jetzt auf dem Chat noch da und werde mich reingucken. So ich muss gucken werde ich gut gesehen. Alles klar. Ja ich bin Herr Krämer ich mache heute den zweiten Teil ich habe jetzt nicht mehr ganz so viel Zeit und ich habe auch vorhin haben Sie mitbekommen dass es mit der Technik nicht ganz so gut klappt das heißt wir haben jetzt nicht die einzelnen Klauseln die ja dann vielleicht arbeitsvertraglich irgendwie wichtig wären die können wir Ihnen jetzt so nicht präsentieren aber Sie kriegen natürlich diesen Vortrag halt auch im Nachgang eben zugeschickt und können sich dann halt nochmal die einzelnen Klauseln eben angucken für mich ist eigentlich auch gar nicht so wichtig die Klauseln jetzt zu haben weil ich Ihnen ja insgesamt was über Arbeitsverträge erzählen möchte und da muss man sagen so in der Praxis ist es eigentlich so dass Arbeitsverträge eigentlich eher so ein bisschen stiefmütterlich behandelt werden also die Leute haben teilweise Arbeitsverträge die sind manchmal haben sie gar keinen Arbeitsvertrag und sind 30 Jahre da und da ist nichts geändert worden und da müssen wir als Arbeitsrechtler sagen das ist ein großer Fehler jedenfalls ist es meiner Meinung nach ein großer Fehler weil der Arbeitsvertrag sozusagen die Grundlage für alles weitere vertragliche Handeln ist und insbesondere natürlich auch beim Trennungsprozess ganz wichtig ist dass sozusagen sie einen guten Arbeitsvertrag haben wir steigen dann erstmal ein sie haben sich auf jeden Fall gemerkt sie brauchen einen Arbeitsvertrag und ich sage ihnen jetzt was dann in den einzelnen Klauseln sagen muss da freut sich dann immer der Chef wir bieten natürlich allen unseren Mandanten an diese Arbeitsverträge zu überprüfen und ich kann es jedem empfehlen und ich hoffe auch wenn ich hier mit diesem Vortrag der zwar jetzt sehr kurz ist wo ich bestimmte Klauseln anreißen werde wenn ich damit fertig bin dass sie dann sagen genau vielleicht sollte man sich wirklich mal überlegen seine Arbeitsverträge von uns überprüfen zu lassen wir bieten in diesem Zusammenhang auch an ein sogenanntes jährliches Überprüfungsrecht das heißt da müssen sie sich dann um gar nichts kümmern sondern das machen wir wir werden ihnen dann immer einmal im Jahr sagen welche Klauseln haben sich unter Umständen aufgrund der Rechtsprechung geändert und sind so jetzt nicht mehr zulässig und müssten daraufhin in den neuen Arbeitsverträgen geändert werden wir hauen einfach mal am Vize-Samstag Quatsch Vize-Freitag ist heute Donnerstag ich würde sagen alle die zuhören können einfach mal den aktuellsten Arbeitsvertrag den sie selber benutzen uns faxen oder mailen an wittig at ra-wittig .de und wir kreuzen ihnen alles an was richtig schlecht ist es sind ja eh nur 48 Leute hier da sind wir in 20 Minuten durch oder weil kannst du 80% anstreichen also und wenn sie dann aber wissen wollen was falsch ist das kostet natürlich Geld nee da kommen mit Sicherheit aufeinander zu aber nehmen sie das wahr schicken sie uns einfach ihren aktuellsten Arbeitsvertrag zu wir gucken einfach mal nur so summarisch rüber und kreuzen ihnen das an was schwierig ist außer wir haben den Arbeitsvertrag natürlich gemacht dann bitte nicht zuschicken wäre ein bisschen peinlich wenn sie uns unseren eigenen Arbeitsvertrag schicken und wir dann ankreuzen was alles falsch ist das wollen wir natürlich möglichst verhindern aber ansonsten ich denke auch nicht dass es passieren wird was natürlich sein kann wenn sie irgendwann vor 5-6 Jahren einen Arbeitsvertrag bei uns sozusagen haben überprüfen lassen das sein kann dass mittlerweile Klauseln unwirksam sind da ist es so wie ich eingangs schon gesagt es ist immer wichtig seine Vertragsklauseln auf dem aktuellen Stand zu halten weil die sich eben einfach durch die Rechtsprechung immer wieder ändern können so wir steigen ein und das wäre als erstes gar keine Klausel sondern es geht für mich als ersten Punkt darum zu sagen als was stelle ich die Person denn eigentlich ein da machen sich die Arbeitgeber gar nicht so richtig viele Gedanken rum oftmals haben wir die Erfahrung gemacht dass die Arbeitgeber immer ganz viel Flexibilität wollen das finde immer gut das hört sich auch ganz toll an und das führt dazu dass man zum Beispiel sagt im kaufmännischen Bereich stellt man einfach einen Mitarbeiter ein und sagt kaufmännische Angestellte das wäre jetzt sozusagen von der Einstellungsmöglichkeit also sehr weit da kann sie ja ganz viele Sachen runterpassen und die andere Variante wäre wenn sie etwas ganz konkret sozusagen regeln zum Beispiel sie regeln bei der Einstellung wird eingestellt als Texter für den Kunden BMW und jetzt gibt es zwei Situationen die für sie als Arbeitgeber eben wichtig sind insbesondere in einem möglichen Trennungsprozess wenn sie es weit formuliert haben können sie natürlich als Arbeitgeber sagen da kann ich eben ganz viele Tätigkeiten mit reinpacken die er machen muss auf der anderen Seite ist es eben aber so wenn sie jemanden betriebsbedingt kündigen möchten dann haben sie ein riesiges Problem wenn er einfach nur steht dass er sozusagen einfach als kaufmännischer Angestellter bei ihnen tätig ist da wäre es so hätten sie unter Umständen die Möglichkeit wenn sie dann die ich muss weiter nach oben gucken sagt mir der Chef hätten sie dann die Möglichkeit zu sagen ich treffe die unternehmerische Entscheidung und sage mit dem Kunden BMW arbeite ich nicht mehr zusammen das könnte dazu führen dass sie dann sagen können alle Mitarbeiter die ich sozusagen nur für diesen Kunden BMW eingestellt habe und so habe ich es vertraglich auch geregelt zum Beispiel Texter nur für den Kunden BMW andere arbeiten zum Beispiel kann es nämlich zu weit würde dann unter Umständen dazu führen dass sie darüber einen betriebsbedingten Kündigungsgrund generieren können für sie ist es also wichtig als Arbeitgeber dass sie sich auf jeden Fall Gedanken darüber machen wie weit oder eng sie den Mitarbeiter halt in Anführungszeichen einstellen also jetzt ich muss noch mal nachfragen also sie sagen wenn ich einen einstelle als Texter nur für den Kunden BMW und BMW jetzt mir den Vertrag kündigt das müsste BMW noch nicht mehr kündigen vielleicht kommt Sie auch auf die Idee und sagen Sie möchten mit BMW nicht mehr zusammen ich sage ich will nicht mehr für BMW arbeiten die zahlen nicht zu schlecht ich kündige das Verhältnis mit BMW dann bedeutet das es wäre ein automatischer Kündigungsgrund auch für diesen Mitarbeiter und für alle anderen Mitarbeiter mit denen ich so einen Vertrag gemacht habe genau es geht höchstrichterlich ist es noch nicht entschieden das muss man auch so fair muss man sein ich habe das bei der Fortbildung mal mit dem Präsidenten des Arbeitsgerichts in Hamburg Herrn Horn diskutiert er fand die Idee ganz interessant von uns hat gesagt da müsste man dann mal schauen inwieweit das Umgehung des Kündigungsschutzgesetzes sein kann aber es ist auf jeden Fall eine Option weil ansonsten sind Sie natürlich bei einer bei einem breit gefächerten Einstellung also als kaufmännischer Mitarbeiter haben Sie kaum Möglichkeiten diese Person dann betriebsbedingt zu kündigen da hätten Sie hier halt eine super Option den Mitarbeiter wirklich dann zu entlassen wenn dieses Arbeitsverhältnis eben wegfällt also wenn der Kunde BMW nicht mehr da ist es ist ja häufig so wenn ich einen großen Kunden akquiriere und ich sage oh jetzt habe ich BMW ich sage mal jetzt haben wir 2020 ab 2022 habe ich BMW das komplette Werbedudget dann habe ich natürlich viel zu tun ich muss Filme machen Radiowerbung Fernsehwerbung was weiß ich Film und so weiter und dann brauche ich natürlich Leute und dann stelle ich was weiß ich 20 Leute ein speziell für BMW ab dem Jahr 2022 und wenn mir dann BMW kündigt den Vertrag dann würden ja alle Leute bei mir bleiben und ich müsste eine Sozialauswahl aller Texter vornehmen obwohl der Kunde Haché mit meinem Texter Müller total zufrieden ist müsste ich dann vielleicht den Müller rausschmeißen weil ich den von BMW haben will der aber ganz anders Texter also das macht ja dann schon Sinn dass ich das dann so so organisiere genau auf jeden Fall viele Arbeitgeber sagen dann halt im Gegenzug ja gut aber was ist denn dann wenn ich mal wirklich irgendwelche anderen Tätigkeiten die über den Tellerrand hinausgehen dem Mitarbeiter zuweisen will da laufe ich ja immer Gefahr dass er dann sagt das muss ich ja nicht machen da gebe ich Ihnen recht theoretisch kann dann ein Mitarbeiter sagen muss er nicht machen aber bei anderen Seite ist es natürlich so Sie haben ansonsten vielleicht zwar die Option ihn anders einzusetzen aber wenn er das per se nicht will dann muss man sich ja eh Gedanken darüber machen ob es sinnvoll ist einen Mitarbeiter dann als positionsfremd sozusagen einzusetzen also erster Punkt ganz wichtig als was man den Mitarbeitern sozusagen einstellt da muss man sich zumindest Gedanken darüber machen weiterer Punkt ist dann die sogenannte Versetzungsklausel da ist es so auch wieder ein Punkt den die Arbeitgeber halt sehr spannend finden oder immer halt eigentlich in Verträgen drin haben wollen jedenfalls ist es so bei ganz vielen Arbeitgebern die ich sozusagen betreue die halt zu mir gekommen sind ist eigentlich immer eine Versetzungsklausel im Arbeitsvertrag enthalten weil sie genau wieder sagen Flexibilität was steht in so einer Versetzungsklausel drin die unterscheidet sich einmal auf die Tätigkeit bezogen einmal auf den Arbeitsort und Tätigkeitsbezogen gibt sie ihnen halt das Recht den Mitarbeiter auf einem anderen gleichwertigen Arbeitsplatz eben einzusetzen und da ist es natürlich so wenn sie sich die Mühe machen den Mitarbeiter sehr konkret einzustellen und dann aber eine Versetzungsklausel sozusagen wieder aufnehmen die ihnen dann wieder die Möglichkeit einräumt den Mitarbeiter flexibel gegen sie einzusetzen dann macht das Ganze keinen Sinn also da ist genau die gleiche Problematik wenn sie so eine Versetzungsklausel in den Arbeitsvertrag aufnehmen dann können sie den Mitarbeiter sicher flexibler einsetzen haben aber auf der anderen Seite massive Probleme bei einer betriebsbedingten Königung weil sie dann nicht per se sagen könnten wenn dieser eine Arbeitsplatz weggefallen ist dass genau dieser eine Mitarbeiter geben muss sondern sie haben dann immer das Problem dass dann unter Umständen halt noch auf der gleichen Ebene ganz viele andere Arbeitnehmer sind die sie eigentlich gar nicht entlassen wollen mit denen er dann aber vergleichbar ist aufgrund dieser Versetzungsdauer also wir haben hier noch noch eine Frage ich glaube die haben aber schon fast zum Teil beantwortet nehme ich mir bei einer soll ich genauen Tätigkeitsbezeichnung nicht die Möglichkeit diesen Mitarbeiter auch andere Aufgaben zuzuordnen ich 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 kenne die Frage weil die Versetzungsklausel ist auch eins meiner Lieblingsthemen also wenn sie einen Mitarbeiter in Bremen beschäftigen und der will ich nach Rostock wir sind jetzt bei der örtlichen Versetzungsklausel kann ja auch eine fachliche Versetzung sein ist das gleiche wenn ich einen Architekten habe der immer nur im Büro Pläne kontrolliert und schaut dass die sauber sind aber keinen Bock hat raus auf die Baustelle zu gehen und mit den Handwerkern sich zu unterhalten wenn sie da jetzt ihm sagen pass auf du gehst jetzt auch nach draußen auf die Baustelle um mit den Mitarbeitern zu quatschen und der will das nicht dann können sie es noch zehnmal im Arbeitsvertrag stehen haben dass er es machen muss es nutzt ihn trotzdem nichts er macht es halt einfach nicht oder er macht es nicht gerne er macht es vielleicht ein Vorübergehen und sucht sich dann einen neuen Job also eine eine weite Tätigkeitsbeschreibung im Arbeitsvertrag hilft meistens praktisch nicht so viel theoretisch klar theoretisch können sie einem sagen am Architekten der da auf dem Arbeitsplatz sitzt im Büro können sie natürlich sagen du gehst ab sofort raus auf die Baustelle rein praktisch bringt sie nichts also deshalb halte ich eigentlich nicht viel davon eine weite Tätigkeitsbeschreibung aufzunehmen ich weiß aber nicht wie sie es genau ich muss Ihnen sagen ich sehe es genauso vielleicht auch weil wir seit zehn Jahren zusammenarbeiten aber genau das ist doch das Problem man kann sich natürlich Optionen offen halten aber was bringt es Ihnen denn dann wenn der Mitarbeiter das überhaupt nicht machen möchte wenn der Mitarbeiter Pock insgesamt auf die Firma und auf den Job hat dann glauben Sie doch nicht wirklich dass wenn Sie dann halt irgendwie über diesen Tellerrand hinausgehen von dem was Ihr eigentlich vertraglich dürfen dass er dann zu Ihnen sagen wird Herr Krämer hören Sie zu ich habe gerade mal in meinen Arbeitsvertrag reingeguckt genau diese Tätigkeit die muss ich ja nicht machen das wird doch kein Arbeitnehmer machen der Bock auf den Job hat deswegen ist meine Empfehlung eigentlich die Einstellungsvoraussetzung halt eng zu halten und eben auch auf solche sogenannten Versetzungsklauseln zu verzichten und das bezieht sich nicht nur auf die Tätigkeit an sich sondern Sie haben genau die gleiche Problematik bei der örtlichen Versetzungsklausel da stellt sich ja die Frage wie ist es wenn ich da gar nichts regle im Arbeitsvertrag dann bedeutet das dass der Arbeitnehmer eben nicht per se am Standort x oder y gebunden ist sondern dass Sie ihn grundsätzlich deutschlandweit versetzen können und das kann auch betriebsbedingt zu erheblichen Problemen führen ich hatte jetzt gerade ein größeres Unternehmen wo ich einen Standort abgewickelt habe da muss man sagen da hatten wir Standorte deutschlandweit und da können wir von Glück reden dass in diesen Arbeitsverträgen die waren Asbach-Uralt und da stand wirklich viel Unsinn drin aber da stand ein Standort drin und keine örtliche Versetzungsklausel also da stand drin der Mitarbeiter wird eingestellt am Standort in Dortmund und wir hatten noch fünf weitere Standorte deutschlandweit und da war es so den Standort in Dortmund haben wir dicht gemacht und wir hatten dann natürlich kam die Frage auf ja was ist denn wenn der jetzt sozusagen da nicht drin gestanden hätte dass er nur am Standort in Dortmund beschäftigt werden kann dann hätten wir deutschlandweit alle Mitarbeiter in sozusagen einen großen Topf packen müssen umrühren und dann gucken wer der sozial schutzwürdigste ist und dann wäre möglicherweise ein Mitarbeiter aus Dortmund gegangen dann hätte ansonsten einer aus Bremen gehen müssen dann hätten wir einen anderen Mitarbeiter aus Dortmund nach Bremen versetzen müssen einen nach München und so weiter und so fort also ein riesiges durcheinander aber genau diese Problematik wäre dann halt aufgekommen deswegen ist es meiner Meinung nach auch sehr wichtig wenn man wirklich konkret reinschreibt welcher Standort sozusagen für den Mitarbeiter gilt weil dann kommt sie von diesem Standort nicht weg und da darf dann halt auch nicht sozusagen im Umkehrschluss danach noch eine örtliche Versetzungsglaube und das Ganze wieder aufgeben und ja nochmal zur Frage hier ob das eigentlich im Direktionsrecht beschränkt wenn Sie jetzt einen haben den Sie jetzt nun für Dortmund eingestellt haben und zu denen hingehen und sagen pass mal auf ich habe dich zwar nur für Dortmund eingestellt aber ich brauche deine Performance in München ich möchte dass du in München dort der Personalchef wirst dass du dort die Leute richtig einarbeitest dass du denen zeigst wie das wirklich funktioniert bist du denn bereit dort hinzugehen du kriegst auch eine Gehaltsbildung du kriegst auch einen Firmenbanken du kriegst auch erste klasse Ticket geh dort hin und der sagt ja ich will und Sie sagen ja ich will auch und der guckt in seinen Arbeitsvertrag und sagt der im Arbeitsvertrag steht aber ich darf nur in Dortmund arbeiten ist jetzt scheiße können wir jetzt nicht machen vergessen Sie das wenn Sie Lust haben den dort hinzusetzen und der hat Lust in Dortmund oder in München zu arbeiten dann funktioniert das auch das hindert nicht und das muss man einfach unterscheiden die zwei Dinge das rechtliche wie viele Vorteile bringt es mir wirklich alle die in Dortmund arbeiten auf Dortmund festzuzurren ohne Versetzungsklausel und einzelne aber vielleicht an andere Standorte zu versetzen das sind einfach zwei verschiedene paar Schiefe und ich sehe das genauso das ist doch gut wenn wir da einer Meinung sind Herr Fahlemann also drei Fachanwälte alle eine Meinung drei Rechtsanwälte und eine Meinung das ist ja ja gut machen wir weiter jetzt haben wir als ersten Punkt sozusagen abgehandelt die Tätigkeitsbeschreibung an sich und die Versetzungsklausel sowohl tätigkeitsbezogen als auch örtlich machen wir zweiten Punkt ich gehe sozusagen so ein bisschen den Arbeitsvertrag quasi strukturiert so ein bisschen durch wie er normalerweise aufgebaut ist dann kommen wir zur Arbeitszeit bei der Arbeitszeit ist es dann wiederum anders da muss man sagen da würde ich mir maximale Flexibilität vorbehalten weil es dazu führen kann dass sie ansonsten große Probleme bekommen wir hatten mal einen Fall den hat glaube ich Tim den hast du glaube ich betreut da war es so da hat das Unternehmen gesagt sie möchten jetzt gerne die Arbeitszeit ändern und wollten einen Schichtbetrieb einführen und die hatten ganz alte Arbeitsverträge und da war ein Mitarbeiter der hatte darauf gar keinen Bock und da stand in seinem Arbeitsvertrag auch drin der Mitarbeiter arbeitet von 8 bis 16 Uhr Punkt und damit war dieses Thema mit der Schichtarbeit also auf dem Wege des Direktionsrechtes weil grundsätzlich können wir als Arbeitgeber selbst halt die Arbeitszeiten eben Kraft des Direktionsrechtes festlegen das war passiert den konnten wir so nicht mehr Kraft des Direktionsrechtes in diese Schichtarbeit bekommen und wir hatten nachher dann die Problematik dass wir über ich glaube zwei Instanzen in einem Kündigungsschutzverfahren also im Rahmen der Änderungskündigung diesen Arbeitnehmer dann dazu zwingen mussten in die Schichtarbeit also in andere Arbeitszeiten zu gehen und das ist natürlich eine Katastrophe oder wie ist das denn mit den Arbeitszeiten ohnehin also was darf man denn maximal arbeiten also möchtest jetzt maximal arbeiten wäre halt 48 Stunden okay so viel dann doch also grundsätzlich halt dann auch mit entsprechenden Ausgleichszeiten kannst du es halt auch 10 Stunden sozusagen pro Tag dann erhöhen da bist du dann nachher bei 60 Stunden in der Woche das wäre grundsätzlich möglich für einen gewissen Zeitraum ich weiß nicht ob dann wirklich so viele Arbeitnehmer dann bei Ihnen bleiben würden wenn sie halt dauerhaft irgendwie 48 oder 60 Stunden sozusagen arbeiten aber das wäre vom Arbeitszeitgesetz wäre das grundsätzlich möglich bei leitenden Angestellten wäre es dann halt auch noch so wenn sie wirklich leitende Angestellte sind da würde das Arbeitszeitgesetz dann nicht gelten da hätten sie sogar nach oben hin noch mehr Stunden die sie dann halt arbeiten können also aber wichtig ist um nochmal zurückzukommen für Sie Sie müssen sich gerade bei der Arbeitszeit dann wiederum die Flexibilität vorbehalten das bedeutet nicht dass Sie nicht sagen können der Mitarbeiter arbeitet meinetwegen zur Zeit von 8 bis 16 Uhr aber es ist wichtig dass Sie dann zum Beispiel halt noch den Satz hinzufügen und sagen wir behalten uns ausdrücklich vor diese Arbeitszeiten eben wieder zu ändern das ist ganz wichtig als weiterer Punkt wenn wir diesen Vertragsteil durchgehen wären das nächste die sogenannten Überstunden da kann man als Arbeitgeber eine böse Überraschung erleben wenn man im Arbeitsvertrag nicht geregelt hat dass man berechtigt ist Überstunden anzuordnen denn dann ist es so dass Sie das Kraft Ihres Direktionsrechtes nicht anordnen können das bedeutet Sie sind dann immer auf das Goodwillen des Arbeitnehmers angewiesen es sei denn die ganze Bude brennt ab wenn Sie Überstunden anordnen wollen deswegen ist es ganz wichtig dass Sie in Ihrem Arbeitsvertrag eine Regelung drin haben dass Sie berechtigt sind Überstunden anzuordnen das heißt ich kann wenn ich einen Mitarbeiter habe und einen Vertrag da steht nichts über Überstunden drin dann kann ich nicht sagen du machst heute eine Stunde mehr ich kann das sagen aber der Mitarbeiter kann dann selbst entscheiden ob er es machen will ok also kann ich es nicht einseitig anwalten nein genau das ist ein großes Problem ein weiteres Problem was ja ich hätte aber noch eine Frage genau das ist eine Sie müssen gucken wie Sie das dann nachher für sich sortieren die ganzen Fragen hier fragt jemand ist bei einer 3-Tage-Woche 27 Stunden 9 Stunden pro Tag dauerhaft möglich also kann ich das sagen 9 Stunden am Tag dauerhaft möglich wenn ich insgesamt 9 Stunden wäre möglich ja ok also gut dann ist die Frage auch beantwortet wie sieht es mit Dienstreisen aus ich verstehe das so wenn die Dienstreise jetzt plötzlich bei der Dienstreise haben wir ja immer ein großes Thema sozusagen da streiten sich ja die Geister oder die Gelehrten immer darüber ist das Arbeitszeit oder eben nicht was jetzt sozusagen in der Rechtsprechung auch ganz viel diskutiert wurde ist gar nicht die Frage der Arbeitszeit sondern der Vergütung da muss man halt immer unterscheiden das eine ist bei den Dienstreisen die Frage nach der Arbeitszeit nach dem Arbeitszeitgesetz das andere ist die Vergütungspflicht bei der Vergütungspflicht gibt es neue Rechtsprechungen die sagen dass man eigentlich Dienstreisen halt immer vergüten muss und die Problematik bei der Arbeitszeit ist eine andere da müssen Sie nämlich schauen ob der Arbeitnehmer sozusagen wirklich arbeitet wenn er jetzt mit dem Flugzeug irgendwie fliegt und während dieser Zeit keine Arbeitsleistung erbringt sondern halt einfach nur rumhängt schläft Zeitung liest oder irgendwas dann ist das keine Arbeitszeit nach dem Arbeitszeitgesetz das bedeutet aber nicht dass Sie es nicht vergüten müssen aber es ist dann so wenn Sie jetzt jemanden zur Messe schicken wäre es ja auch irgendwie ziemlich schwierig Sie schicken ihn manchmal nach München zur Messe er fliegt dann mit dem Flugzeug hin ist dann irgendwie nach 5 Stunden oder nach 6 Stunden erst da und dann geht die Messe los und dann sagt er zu Ihnen ja sorry ich kann jetzt ja gar nicht mehr arbeiten weil bald ist meine Arbeitszeit voll und ich kann ja maximal an einem Tag 10 Stunden arbeiten also ganz klare Empfehlung unterscheiden zwischen vergütungspflichtiger Zeit und Arbeitszeit nach dem Arbeitszeitgesetz das sind zwei unterschiedliche Genau das ist keine Empfehlung sondern das ist halt einfach quasi die Rechtslage Sie müssen immer unterscheiden das eine ist die Frage nach dem Arbeitszeitgesetz und da kommt es wirklich darauf an ob der Mitarbeiter eben eine Tätigkeit erbringt oder sozusagen Erholung hat dann dürfte es halt nicht in den Bereich des Arbeits der Arbeitszeit im Rahmen des Arbeitszeitgesetzes sehen und das andere ist die Vergütungsfrage dann ist noch eine Frage da wenn man jetzt feststellt dass der Arbeitsvertrag den die Leute alle haben im Betrieb dass der Kacke ist was mache ich denn dann kann ich dann einfach einen neuen Arbeitsvertrag den Leuten überstülpen oder wie funktioniert das das ist ja eine spannende Frage die immer wieder kommt wir müssen unterscheiden zwischen den Arbeitsverträgen die schon die bisherigen Arbeitnehmer haben wenn die schlechte Klauseln haben wie gehe ich damit um und ich muss prüfen was mache ich mit Leuten die ich jetzt noch neu einstellen will wie gehe ich mit denen um jetzt konzentrieren wir uns mal auf die auf die alten Mitarbeiter wie schafft man das bei den alten Mitarbeitern ist es natürlich so es mag Regelungen im Arbeitsvertrag geben da könnten sie sozusagen Kraft ihres Direktionsrechtes Änderungen halt vornehmen das wird aber sicherlich nicht der Großteil der Klauseln sein und bei den anderen Klauseln ist es eben so da brauchen sie auch das Einverständnis des Arbeitnehmers und das ist natürlich schwierig die Erfahrung zeigt das so ein bisschen dass bei Arbeitnehmern per se wenn man irgendwelche Änderungen im Arbeitsvertrag vornehmen will eine große Unsicherheit oder dann eben herrscht und dann eher so reflexartig gesagt wird nee was Neues in der Scheibe mache ich nicht da müssen sie sich natürlich Gedanken machen welche Druckmittel sie haben und wenn als Beispiel zum Beispiel wenn als Beispiel zum Beispiel die nächste Gehaltserhöhung ansteht oder irgendwelche anderen Sachen die für den Arbeitnehmer positiv sind dann ist das natürlich ein Einfaltvor um dann zu sagen okay können wir machen Gehaltserhöhung ja aber dann halt eben auch mit einem entsprechend angepassten Arbeitsvertrag das wäre jetzt ein Punkt wo ich sagen würde da sollte man auf jeden Fall mal sich als Arbeitgeber notieren okay der Arbeitnehmer will auch was von mir oder ich tue ihm was Gutes dann möchte ich aber halt auch im Gegenzug neue Klauseln im Arbeitsvertrag haben ich finde es auch also es geht zum Beispiel darum wenn man feststellt dass es wirklich schlimme Klauseln sind die falsch sind dass man dann zum Beispiel lieber einen Tag mehr Urlaub verspricht und sagt hey komm es gibt jetzt hier neue Urlaubsregelungen ein zwei Tage mehr Urlaub hier hast du den Vertrag neu den bitte unterschreiben dann hast du auch was weiß ich 30 Tage Urlaub und man sollte natürlich aufpassen dass man da nicht jede Klauseln anfasst sondern wirklich nur die Klauseln anfasst die für den die für den Arbeitgeber einfach einfach wichtig sind Sie stehen hier ganz seltsam im Bild aber das macht nichts ich wollte die Frage dann müssen Sie sie da Sie also wirklich gut überlegen ob man jede Klausel anfasst auch die die nicht so wichtig ist wir empfehlen Ihnen der Regel dass wenn wir bei Bestandsarbeitnehmern den Arbeitsvertrag ändern dass wir uns wirklich nur zwei drei Klauseln rausnehmen und die ändern weil damit kann man dann auch von mir aus zu einem anderen Anwalt rennen der sich das anguckt mit der Gefahr müssen Sie immer rechnen ansonsten eben bei Mitarbeitern die nicht ganz so genau gucken eben wirklich nur die einzelnen Klauseln ändern die die wichtig sind ja okay genau dann mache ich jetzt wieder weiter bei der Arbeitszeit an sich wir hatten also geregelt oder festgestellt Überstunden da braucht Sie eine entsprechende Anordnung sonst können Sie die Überstunden nur mit Einwilligung des Arbeitnehmers anordnen weiterer interessanter Punkt ist was viele Arbeitgeber nicht wissen die gleiche Problematik haben Sie bei einem Arbeitszeitkonto Sie müssen arbeitsvertraglich vereinbaren dass Sie so ein Arbeitszeitkonto führen dürfen Sie können nicht einfach sagen ich mach das jetzt weil dann kann die Problematik entstehen dass Sie ein Arbeitszeitkonto sozusagen machen das bedeutet ja Sie können mal einen Mitarbeiter 20 Stunden einsetzen und mal eben 50 und am Ende sollen meinetwegen 40 Stunden da wieder rauskommen dann könnte der Arbeitnehmer theoretisch hingehen und am Ende sagen die ganze Zeit wo Sie ihn 20 Stunden eingesetzt haben haben Sie ihn zu wenig beschäftigt und dann kann er sagen für diese Zeit möchte ich den Lohn nachgezahlt haben nämlich diese 20 Stunden die Sie mich nicht beschäftigt haben also das ist halt auch ganz wichtig dass Sie im Vertrag regeln wenn Sie ein Arbeitszeitkonto haben und das führen dass sowas halt auch mit dem Arbeitnehmer vereinbart worden ist Eine Frage war die wurde jetzt noch zurückgezogen wegen der Änderung des Arbeitsvertrages im laufenden Arbeitsverhältnis da war die Frage ja wie läuft es ohne Betriebsrat aber es ändert sich nichts selbst wenn ich einen Betriebsrat habe kann ich arbeitsvertragliche Regelungen immer mit dem Arbeitnehmer direkt machen der Betriebsrat hat kein Mitspracherecht grundsätzlich mal bei den arbeitsvertraglichen Regelungen Genau Sie haben natürlich bei der Arbeitsvertragsgestaltung zwei Problempunkte die man schon beachten muss auf einer Seite möglicherweise ein Betriebsrat und auf der anderen Seite möglicherweise Tarifbildung bei der Tarifbildung ist es halt so dass Sie sich dann natürlich an die tarifvertraglichen Vorgaben halten müssen Sie können sozusagen nichts abweichendes regeln es sei denn der Tarifvertrag sich das vor was sozusagen schlechter ist als der Tarifvertrag es eh vorgegeben hat es sei denn es sind besondere öffnungs tausende Tarifvertrag enthalten und der andere Punkt ist wenn Sie einen Betriebsrat haben dann hat er kein per se Mitbestimmungsrecht bei der Vertragsgestaltung bei den einzelnen Klauseln aber immer dann wenn Sie halt in ein Mitbestimmungsrecht kommen also wenn es zum Beispiel die Ordnung betrifft dann kann der Betriebsrat mit Bestimmungsrecht Geld machen und dann müssen Sie halt auch sozusagen diese Klausel die dann im Arbeitsvertrag steht eben so regeln wie der Betriebsrat es möchte beziehungsweise man macht es dann natürlich nicht über eine einzelne Klausel im Arbeitsvertrag sondern eben über eine Betriebsvereinbarung das die Frage soweit beantwortet dann ich denke ja die Frage wurde außerdem zurückgezogen die wurde zurückgezogen ja die wurde zurückgezogen aber ich habe sie trotzdem gebracht weil ich finde es selber spannend das ist ein bisschen wie beim amerikanischen Gericht ja er wollte er wollte es wissen wie es ist ohne Betriebsrat und weil wir es ohnehin beantwortet haben ohne Betriebsrat war die Frage natürlich dann obsolet aber jetzt haben wir es auch für die geklärt die ein Betriebsrat haben wie der Betriebsrat ein Mitspracherecht hat ich habe kürzlich beim Arbeitgeber neue Arbeitsverträge vorgestellt da hat er gesagt das macht er nur wenn der Betriebsrat dabei ist was will der hier das hat denn eigentlich nichts anzugehen da war er ganz überrascht machen wir immer so also es gibt auch große Unsicherheit von Arbeitgebern im Umgang mit ihrem Betriebsrat kann man auch nur den Rat geben ändert sich dann plötzlich einiges ok also mein Bildschirm ist jetzt schwarz muss ich jetzt davon ausgehen dass ich nichts mehr sagen darf oder mache ich jetzt einfach erstmal weiter wahrscheinlich haben sie die Zeit eingestellt von der Zeit her auf 11.59 ich würde jetzt einfach noch ein paar Minuten weitermachen oder wie ist die Anzeige ich glaube das läuft Herr Sportmann wie sieht das aus bei Ihnen haben Sie die Technik im Griff läuft noch weiter einfach er lässt uns noch ein bisschen ich würde jetzt noch ein paar Minuten überziehen ok und der eine verlässt den Raum die Leute können ja dann in Anführungszeichen gehen aber so ein paar Klauseln möchte ich halt eigentlich noch schildern weil ich denke dass sie eben einfach auch nicht sind also ich sage folgendes jeder der jetzt noch dabei ist muss dafür nicht mehr Geld bezahlen oder geschenkt das ist ein Angebot also dann das ist ein Angebot das muss man mitnehmen Mittagessen wird aufgeschoben Herr Krämer Sie sind dran ok oder hier so eine Frage die wollte ich nochmal reinbringen sollte den Arbeitsvertrag die 5-6 Tage Woche aufgenommen werden müssen Sie eben nicht zwingend aufnehmen wäre halt auch eine Sache die Sie über das Direktionsrecht halt regeln können Sie können natürlich auch einfach aufnehmen dass Sie sich eben die Änderungen halt vorbehalten das wäre dann halt die Alternative also Sie müssen nicht zwangsläufig sagen dass eine 5- oder 6-Tage-Woche sozusagen bei Ihnen zur Anwendung kommt wenn Sie es aufnehmen sollten Sie sich halt eine Änderungsmöglichkeit eben vorbehalten weil wenn Sie einfach sagen es gilt in die 4-Tage-Woche und sagen mein WK am Mitarbeiter muss von Montag bis Donnerstag arbeiten und haben eben nicht die Option sich vorbehalten diese Festlegung zu ändern dann sind Sie dran es sei denn der Mitarbeiter spielt damit also genau die gleiche Problematik wie mit der Arbeitszeit an sich was noch interessant ist was mir gerade einfällt bei der Arbeitszeit was ich ja vorhin fragte ob man wie viel man generell arbeiten kann natürlich sollte man halt auch die Arbeitszeit an sich halt eben eintragen das hört sich jetzt irgendwie so an so ist doch klar wir haben aber ganz oft 450-Euro-Arbeitsverträge wo die Arbeitgeber einfach schlau sein wollen indem sie sagen ich trage da einfach mal nichts ein und dann beschäftige ich den Mitarbeiter die 450-Euro-Kraft eben einfach nur nach Bedarf weil steht ja nichts drin im Arbeitsvertrag und das war früher schon ein Eigentor und ist mittlerweile weil sich die Gesetzeslage teils im Befristungsgesetz geändert hat ein richtig großes Eigentor weil wenn gar nichts drin steht kann der Arbeitnehmer sich auf den Standpunkt stellen wenn nichts geregelt ist ist das eine Art Abrufarbeitsverhältnis und in 12 TZPFG ist jetzt aufgenommen dass dann 20 Stunden in der Woche als verantwortlich und wenn sie sich jetzt mal wie gesagt rechnen ist beim Anwaltmaß das jetzt nicht so die Stärke jedenfalls bei mir auch nicht unbedingt aber so weit kriege ich das noch hin wenn sie dann mal überlegen 20 Stunden in der Woche bei einem 450-Euro-Arbeitsvertrag im Monat dann 4,35 Wochen da kommen sie auf jeden Fall auch über 80 Stunden und wenn sie dann noch überlegen Mindestlohn der irgendwo jetzt wahrscheinlich bei knapp 10 Euro liegt dann sind sie bei einer Entlohnung von 800 Euro und dann gibt es sicherlich Probleme mit dem 450-Euro-Arbeitsvertrag also da müssen sie sich merken auch solche kleinen Verträge in Anführungszeichen können Probleme machen und da sollte man auf jeden Fall sich Gedanken drüber machen welche Stundenanzahl mal in so einen 450-Euro-Arbeitsvertrag dran schreiben ja machen wir schnell weiter sozusagen nächster Klauselpunkt wären eigentlich die Sonderzahlungen bei den Sonderzahlungen ist dann halt immer die Frage einem sogenannten Freiwilligkeitsvorbehalt ich kann aus der Erfahrung sagen die Rechtsprechung hat diese Art von Freiwilligkeitsvorbehalt also die Problematik wenn sie etwas über die normale Vergütung hinaus zahlen und sich dann sozusagen nicht binden wollen da wäre es so im Rahmen der betrieblichen Übungen vielleicht ist das ein Begriff ist es so wenn man vorbehaltslos eine Leistung dreimal hintereinander gewährt kann eine sogenannte betriebliche Übung entstehen das heißt dann sind sie an die Leistung gebunden zum Beispiel jedes Jahr im November zahlen sie den Mitarbeitern 1000 Euro das machen sie drei Jahre lang da sind sie halt an diese 1000 Euro gebunden und kommen von den 1000 Euro grundsätzlich auch nicht wieder weg und da ist es oftmals so dass man in einem Arbeitsvertrag einen sogenannten Freiwilligkeitsvorbehalt aufnimmt wo dann drin steht sollte ich mal ein Weihnachtsgeld zahlen im November dann ist es eine freiwillige Leistung auf die kein Rechtsanspruch besteht auch bei wiederholter Zahlung in der Zukunft nicht das können sie so machen bei den Freiwilligkeitsvorbehalten ist es aber so dass die von der Rechtsprechung relativ stark zusammengekürzt sind die Rechtsprechung verlangt quasi dass sie das explizit auf die Zahlung halt auch passen muss sie können also jetzt nicht mehr sowas früher pauschal einfach reinschreiben alle Ansprüche außer dem Gehalt sind freiwillige Leistung und deswegen besteht sozusagen diese betriebliche Übung dann nicht wenn ich es auch wiederholzahle das geht so nicht mehr sondern wir können nur empfehlen die Klausel kann man gerne aufnehmen aber bei jeder Leistung die sie sozusagen über den normalen Gehalt erbringen sollte ein extra Schreiben an den Arbeitnehmer dann halt gewandt werden wo dann halt draufsteht wo sie hinweisen dass es eben eine freiwillige Leistung ist auf die kein Rechtsanspruch besteht also ich kann mich erinnern an diese Rechtsprechung als das relativ neu kam und man muss wirklich jetzt wenn man so eine Klausel hat hinschreiben sollten wir jemals ein Weihnachtsgeld bezahlen sollten wir jemals ein Urlaubsgeld bezahlen sollten wir jemals ein 13es Monatsgehalt bezahlen was vielleicht nicht ein Weihnachtsgehalt ist sondern vielleicht erst im Februar bezahlt wird oder was auch immer man muss es so genau bezeichnen wie es nur geht selbst wenn sie zu dem Zeitpunkt noch gar nicht diese Zahlungen leisten vielleicht wollen sie es in Zukunft mal und dann haben sie was was tatsächlich helfen kann es muss also wirklich haarscharf genau passen und wenn sie irgendwann mal eine Zahlung leisten wenn es ein Weihnachtsgeld ist im April und sie haben im Vertrag wünschen wenn wir Weihnachtsgeld dann nennen sie die Zahlung im April eben Weihnachtsgeld dann funktioniert das auch aber es muss eben genau passen tatsächlich und früher war es auch noch so die Rechtsprechung wenn man dreimal bezahlt hat ein Weihnachtsgeld dann hing man in der Falle betriebliche Übung hat man dann dreimal nicht mehr bezahlt war man wieder raus aus der betrieblichen Übung diese Rechtsprechung negative betriebliche Übungen gibt es halt nicht mehr abgeschafft der Krämer sagt einfach abgeschafft gibt es nicht mehr das ist aber das was wir alle noch so ein bisschen im Kopf haben ich zumindest so lange bis man immer so einen Fall auf dem Tisch hat und nochmal genau prüft ist ein bisschen traurig aber ist halt so genau so war früher halt sehr beliebt sogenannte Stichtagsklauseln oder Rückzahlungsklauseln wo man dann halt sich vorbehalten hat wenn der Mitarbeiter ab einem bestimmten Zeitpunkt zum Beispiel nicht mehr im Unternehmen ist dass man dann eine Sonderzahlung mal wieder zurückfordern kann da ist die Rechtsprechung auch sehr streng geworden das geht nur noch bei Zahlungen die ausschließlich die Betriebstreue belohnen also das müsste dann sozusagen schon genau in dieser Sonderzahlung geregelt sein dass klar ist das soll ausschließlich die Betriebstreue belohnen wenn sie das nicht reinschreiben kann man eigentlich immer von einem Mischcharakter ausgehen also dass auch die Arbeitsleistung belohnt wird und dann können sie solche Rückzahlungsklauseln halt auch einfach nicht mehr vereinbaren Uli, hier wird gerade die Frage gestellt wahrscheinlich nochmal zurück zum Thema betriebliche Übung kann dieser Hinweis auch als Fußnote in der jeweiligen Gehaltsabrechnung stehen? Ja, kann natürlich auch als Fußnote in der Gehaltsabrechnung stehen aber sie haben dann immer das Risiko in welche Kamera soll ich jetzt gucken? da, da, was hätten Sie gerne? die Sie werden dann immer das Risiko haben dass ein Mitarbeiter unter Umständen sagt das habe ich gar nicht gesehen oder das ist so klein das konnte ich ja gar nicht sehen auf so ein Risiko würde ich mich nicht einlassen also wir empfehlen eigentlich immer bei Leistungen die sozusagen über das Normale hinausgehen dass wir sagen macht ein Anschreiben wo genau drin steht dass es eine freiwillige Leistung ist und dann lasst euch das von dem Arbeitnehmer entsprechend bestätigen dass er es zur Kenntnis genommen hat dann packen sie das in ihre Personalunterlagen und dann zahlen sie aus dann ist es safe Ja, dass wir diese Überzahlung da war ja kürzlich auch Bankversehen ging ja auch durch die Presse ich weiß gar nicht ob sie sich mitgekriegt haben Bankversehen der hat irgendwie 200.000 Euro zu viel gekriegt oder 400.000 Euro ich höre es ja wie bei einem Monopoly an ja, ja Bankversehen zu ihren Gunsten so, genau aber das Problem ist er hat es natürlich gemerkt 400.000 Euro ist dann natürlich sofort in den Puff gegangen und sonst wohin hat dann die Hälfte dann auch noch verloren 200.000 hat er so verloren natürlich kommt dann das Rückzahlungsschreiben weil eben Endreicherung für alle Juristen hier unter uns die wissen dass wenn sie also Geld bekommen und gar nicht wissen dass es ihnen nicht gehört und so im normalen Zahlungsablauf mit reinkommen und sie es ganz normal verbrauchen dann ist das Geld weg und so müssen sie es nicht zurückzahlen also wenn man jetzt 200 Euro einem Mitarbeiter mehr bezahlt also jetzt ein Krämer der wird auch 2.000 Euro im Monat nicht merken dass er plötzlich 2.000 Euro mehr hat und er gibt es auch so du gehst 2 mal essen wir zahlen das Voraus und 2.000 Euro weg dann kann ich von ihm das Geld nämlich nicht zurückfordern tatsächlich weil er nämlich entreichert ist und dieses Geld anders ist es bei ihm bei 400.000 Euro genau was man wie man sich da so ein bisschen absichern kann ist natürlich Sie können eine Klausel aufnehmen dass Sie sagen im Arbeitsvertrag dass der Arbeitnehmer verpflichtet ist die Gehaltsabrechnung auf seine Stimmigkeit hin immer stets zu überprüfen weil dann könnte er sich unter Umständen böse glaube ich machen also wenn dann ganz klar drin steht er muss das halt immer kontrollieren wozu er nicht per se verpflichtet ist wenn es aber vertraglich geregelt ist dann wäre das zumindest eine Option um sozusagen aus dieser Entreicherung vielleicht herauszufinden obwohl ich es nicht genau weiß ob man ihn dann nicht nur abmahnen könnte und die Entreicherung trotzdem zählt aber gut da schreien sich wieder die Gelehrten drüber besser aufnehmen als nicht aufnehmen und dann gar keine Option haben für den Rückzahler so ist es genau so machen wir schnell weiter ich sehe schon 10 Minuten drüber also Sie kriegen von mir jetzt noch genau 3 Minuten ja und dann ist Schluss 3 Minuten ok 3 Minuten ab jetzt mache ich jetzt 2 Klauseln die ich denke noch wichtig sind das eine ist die Urlaubsregelung da muss man sagen Sie als Arbeitgeber müssen sich die Urlaubsregelungen bei sich mal angucken die meisten Arbeitgeber gewähren eben deutlich mehr als einen gesetzlichen Mindesturlaub es wären 24 Tage bei einer 6-Tage-Woche 20 Tage bei einer 5-Tage-Woche und so weiter bei dem Urlaub, den Sie mehr gewähren haben Sie natürlich auch einen vertraglichen Spielraum das heißt mit diesem Urlaub haben Sie die Möglichkeit ihn zum Beispiel an die Arbeitsfähigkeit zu künften also wenn jemand viel krank ist können Sie den Urlaubsanspruch daraufhin im vertraglichen Bereich reduzieren also alles was über den gesetzlichen Mindesturlaub geht da wären halt vertragliche Regelungen möglich wo man dann halt zum Beispiel eine Reduzierung bei so und so vielen Krankheitstagen eben halt formulieren könnte genauso müssen Sie auf dem Schirm haben dass aufgrund einer Entscheidung vom EuGH die ist eigentlich schon vielen Arbeitgebern mittlerweile bekannt der Urlaubsanspruch bei Dauererkrankungen nicht mehr am Ende des Jahres verfällt sondern eben erst ab 15 Monaten nachdem er entstanden ist und da ist es so dass die Arbeit im vertraglichen Zusatzurlaub der kann trotzdem geregelt werden dass er verfällt deswegen sollte auf jeden Fall im Arbeitsvertrag eine Klausel sein dass das eben so geregelt ist also alles was über den gesetzlichen Mindesturlaub hinausgeht dass das ab einem gewissen Zeitpunkt verfällt oder dass die Regelungen drin haben dass bestimmte Krankheitstage zum Beispiel dazu führen dass der Urlaubsanspruch sozusagen sich verkürzt das wäre noch zum Urlaub zu sagen dann jetzt noch eigentlich eine der wichtigsten Klauseln die in einem Arbeitsvertrag drin sein sollte und das ist die sogenannte Ausschussfrist da ist dann geregelt dass Ansprüche nur innerhalb einer bestimmten Zeit geltend gemacht werden können üblich ist es eine doppelte Ausschussfrist sozusagen zwei mal drei Monate die steht auch in vielen Arbeitsverträgen drin aber Sie müssen ganz viel bei der Rechtsprechung und bei der Gesetzeslage beachten da ist es so dass zum Beispiel drinstehen muss dass es nur in Textform sozusagen dieser Anspruch geltend gemacht werden muss früher stand halt immer drin der Anspruch muss innerhalb von Tragungen schriftlich geltend gemacht werden das ist also unwirksam genauso ist es halt erforderlich dass bestimmte Ansprüche nicht ausgeschlossen werden dürfen nämlich zum Beispiel einen Anspruch auf Mindestlohn da muss also in der Klausel auf jeden Fall drinstehen dass diese Ausschussfrist nicht greift bei Mindestlohnansprüchen oder fraglich ist halt auch bei Ansprüchen die auf Vorsatz oder im Laufe der Handlung beruhen da müssen Sie also gucken dass Sie keine Klausel haben die dann nachher unwirksam ist weil das führt dann dazu dass sich zwar der Arbeitnehmer weil er diese Klausel nicht verwendet sondern Sie als Arbeitgeber der Verwender sind auf diese Klausel berufen kann also Ihre Ansprüche sind dann trotzdem nach Tragungen an wenn Sie Fächer haben weg aber Sie als Arbeitgeber können sich nicht darauf berufen so das war dann jetzt Vertragsklauseln light ich habe zwar jetzt nicht so viel geredet wie mein Kollege Herr Fasemann ich hoffe es hat Ihnen aber auch gefallen komm wir gehen mal alle nach vorne und sagen mal tschüss Sie merken natürlich auch dass in diesem Bereich Arbeitsvertragsklauseln soweit hoffe ich das jedenfalls Ihnen sozusagen mit auf den Weg gegeben zu haben dass da viel Potenzial drin ist und das ist eben einfach auch die Grundlage für das weitere arbeitsrechtliche Arbeiten ist und deswegen halt eben auch so wichtig ja also von meiner Seite so vielen Dank haben Sie immer was zu sagen Chef? Herr Fadlmann wäre vielleicht auch was zu sagen so nach der Hierarchie also ich sage zuerst was dann kommt der Nächsthörer der Fadlmann sagt jetzt auch nochmal was und dann kommt am Ende ich wusste gar nicht dass Sie mich als höchste ansehen das ist die höchste Instanz echt ist das so? ja das höre ich viel zu selten ja ach bitte ach bitte also möchtest du noch was sagen? ich habe mich schon verabschiedet das stimmt deswegen würde ich das jetzt zum Wort dann bitte überlassen ja ne also ich fand es toll hier mit Streaming das am Anfang hat ja nicht so richtig gut geklappt ich glaube zweimal sind wir rausgeflogen dann mussten zwei neue Links verschickt werden irgendwie waren dann nachher trotzdem 50 Teilnehmer da ich denke das waren fast alle ein paar Mal vielleicht verloren unterwegs mit dem muss ich mich nachher mal zusammen rufen ich hoffe es hat Ihnen Spaß gemacht wie gesagt ich möchte Sie bitten uns zu schreiben wenn Sie ein anderes Format möchten wir haben ja einmal eben dieses Arbeitgeber Treffen Format früher gehabt da haben uns alle zusammengesetzt jeder konnte was erzählen wie er es in der Praxis so erlebt das fällt hier jetzt so ein bisschen weg sondern es ist einfach ein Vortrag von vorne weg und ich finde das fast ein bisschen schade aber dieses Treffen zur Zeit die Corona Zahlen zeigen es auch es ist einfach unzumutbar wieso haben Sie jetzt keine Maske auf Sie sind näher als anderthalb Meter so fängt das schon an da muss man tatsächlich ein bisschen aufpassen in heutiger Zeit das andere sind eben unsere vierstündigen Seminare die machen wir so von vorne weg finde ich eigentlich ganz gut auch mir hat es heute gut gefallen ich finde auch die Fragen über den Chat hat recht gut funktioniert ich habe mal meine privaten E-Mails auf wittig.ra-wittig.de gecheckt da kam aber keine Frage jetzt ist noch eine Frage gekommen ach Kamera eins okay ich habe die privaten E-Mails gecheckt da kam aber nichts also scheint es doch so zu sein dass sich alle bei Gmail oder Google Mail haben anmelden können von dem her denke ich dass alle Fragen hier auch angekommen sind wenn noch Fragen im Nachgang sind zum Vortrag zu Arbeitsverträgen bitte uns schreiben das Angebot steht auch schieben Sie mal Ihren aktuellen Arbeitsvertrag den Sie jetzt zurzeit aktuell benutzen rüber gucken wir drauf und streichen Ihnen an was wir blöd finden oder diskussionswürdig dann quatschen wir das gilt nicht nur für die Bremer Mandanten weil wir jetzt hier aus Bremen senden sondern natürlich auch die Münchner wollen auch den Münchner Kollegen anständig Arbeit machen und auch den Hamburgern, Berlinern, Hannoveranern und so weiter nutzen Sie die Chance schicken Sie es eben rüber und dann gucken wir eben drauf gut ansonsten würde ich sagen bis zum nächsten Mal ich hoffe es hat Ihnen auch gefallen und schalten wir jetzt ab sag ich jetzt Klappe oder was sag ich ich sag einfach Tschüssi Klappe alles andere per E-Mail bitte Dankeschön Vielen Dank Tschau Gut Tschau Tschau